Es ist Montag, 17.39 Uhr. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Heute wird es eine eher untypische Folge mit weniger Struktur geben. Wir sprechen über das, was da am vergangenen Wochenende so passiert ist, mit einem besonderen Gast. Let's go! Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzki. Und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas. Ich bin wie immer euer Moderator dieser Blau-Weißen-Fußball-Sendung und wir besprechen hier jede Woche alles rund um Hertha BSC. Und das tue ich wie immer mit meinem lieben Co-Moderator Marc Schwitzki. Schade, dass du gerade hier nicht vor Ort bist. Viele Grüße nach Greifswald. Ja, ich ärgere mich auch, aber so ist es halt. Ja, Grüße nach Berlin. Grüße aus einem gewissen Redaktionsgebäude. So ist es. Wo bist du? Genau, ich sitze nämlich. Achso, du kannst mich fragen hier wie Precht oder wie Lanz. Oh ja, genau. Warte, Lukas, wo treffe ich dich? Du triffst mich heute in der Elf-Freunde-Redaktion. Hier habe ich mich nämlich getroffen mit unserem werten Kollegen Luis, der auch schon öfter hier mal zu Gast war. Ich grüße dich. Grüß dich, moin. Und eine Premiere im Hertha-Base-Podcast Max Dinkelacker, auch bekannt von den Elf-Freunden-Redakteur. Stell dich doch mal kurz vor für die Leute, die dich vielleicht auch nicht kennen. Ja, hi. Danke erstmal für die Einladung. Beziehungsweise danke, dass du hier vorbeigekommen bist. Ja, sehr gerne. Streng genommen haben wir dich ja eingeladen. Ja, ich bin Max. Ich arbeite bei der Elf-Freunde seit mittlerweile auch schon sechs Jahren. Und schreibe nicht nur über Hertha, aber immer mal auch wieder über Hertha. Und ansonsten bin ich in erster Linie ein Hertha-Fan. Auch schon seit ziemlich, ziemlich langer Zeit. Seit 1997, würde ich sagen. Du hast im Sky-Interview oder bei The Zone, wo warst du? The Zone. Ja, da hast du gesagt, du warst früher Karlsruhe-Fan. Na, ich bin Fußball-Fan geworden wegen Icke Hessler. Ah ja, genau. Icke Hessler war so mein großes Idol. Der war auch so klein und wuselig und eben aus Berlin. Und den habe ich mir ausgeguckt. Und zu der Zeit, wo ich mich angefangen habe, für Fußball zu interessieren, war Hertha halt in der zweiten Liga. Und damals habe ich dann immer, ich habe so ein bisschen lesen gelernt mit Tagesspiegel Sportseite und Bravo Sport. Und Icke Hessler war halt eine große Nummer. Und zum ersten Mal im Stadion war ich Hertha gegen KSC, weil Icke Hessler beim KSC war. Und damals ging es um den Job von Jürgen Röber. War Aufstiegssaison von Hertha. Und ich glaube, bis dahin hatte Hertha noch kein Spiel gewonnen. Und wären sie aus dem Spiel auch wieder ohne Sieg rausgegangen, wäre er wohl geflogen. Aka, die ganze Röber-Dynastie hätte nicht stattgefunden. Aber Hertha hat das Spiel gedreht. Um mich rum, großer Jubel, ich habe geflennt. Aber Opportunist, wie ich damals war. Zum Saisonende ist der KSC runter, Hertha ist drin geblieben. Und dann war damals eine clevere Entscheidung im Nachhinein. Ja, aber habe ich dann nochmal umgeschwenkt. Okay, stark. Ja, ich glaube, zu der Zeit tatsächlich war ich auch dann die ersten Male mit meinem Vater im Stadion. Ich kann mich noch erinnern, wo wir dann immer aus dem Stadion gegangen sind und die Fans dann auch Jürgen Röber skandiert haben und so. Weil eigentlich, glaube ich, wollte damals kaum jemand, dass er geht irgendwie. Also ich weiß nicht mehr, wie die Stimmung war, weil ich war ja noch ziemlich klein. Aber irgendwie oder als dann irgendwie hat die Mannschaft dann auch für Jürgen Röber gespielt und so. Weil klar war, dass er gehen muss, wenn er dann irgendwie verliert oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Aber zu der Zeit muss das irgendwie gewesen sein. Ja, ich kann es jetzt auch nicht genau rekonstruieren. Ich weiß nur, dass Hertha zu dem Zeitpunkt, ich glaube, letzter war oder vorletzter und mittendrin im Abstiegskampf. Und danach haben sie halt eine krasse Serie gestartet, wurden Elfter. Im Jahr darauf sind sie Dritter geworden, dann kam das Champions-League-Jahr. Also danach fingen so die Jahre an, durch die ja sehr, sehr viele Leute, glaube ich, heute Hertha-Fan sind. Weil in diesen vier, fünf Jahren war Hertha, glaube ich, neben Bayern die einzige Mannschaft, die so lange Zeit am Stück immer international gespielt hat. Das waren ja echt ein paar ganz interessante Jahre. Hoeneß, ein paar Stars zumindest, war eigentlich eine gute Zeit. War dummerweise halt sehr früh im Leben. Tatsache. Genau, ihr beide wart ja heute beim Elf-Freunde-Themen-Frühstück. Auch da drücken wir mal die Empfehlung an alle da draußen. Immer jeden Morgen eigentlich, außer Samstag und Sonntag. Ja, exakt. Genau, 10.30 Uhr. Genau, Werktags 10.30 Uhr. Genau, kann man euch da zusehen. Ihr reißt einfach nochmal alles ab, was in der Fußballwelt so passiert ist. Also auch nicht immer wir beide, muss man dazu sagen. Wechselnde Besetzungen, aber genau, besprechen alles, was wichtig und auch gerne das, was unwichtig ist und versuchen immer, euch quasi oder die Menschen up-to-date zu halten und ein bisschen Spaß dabei zu haben. Ja, und heute wart ihr beide dann gleich morgens in der Sendung. Ich dachte schon, oh Gott, was wird das jetzt? Ja, man muss dazu sagen, wir sind eben die beiden Herthaner, was die Redaktion angeht. Was die Redakteure angeht, kann man sagen, oder? Jens ist noch Herthaner? Genau, was die Redakteure angeht. Genau, unser Bildchef oder Fotoschef ist auch Hertha-Fan. Dann gibt es eben insgesamt im Laden gibt es noch zwei, drei andere, die zumindest Sympathien haben, aber was die schreibende Zunft angeht, sind wir so die einzigen. Ja, war natürlich ganz passend heute. Ja, Tatsache. Aber dann, eine Sache habt ihr nämlich nie besprochen und starten wir mal locker rein hier in die Sendung, weil es gibt ja genug, worüber wir uns noch aufregen können. Vielleicht regen wir uns darüber jetzt auch auf. Luis, ich weiß, du bist auch immer vorne dabei, wenn es darum geht, Hertha-Klamotten zu bewerten. Es gab ja so ein paar Leaks vom neuen Trikot. Heim- und auswärts tatsächlich, glaube ich sogar. Wie findest du es? Sehr geteilter Meinung bin ich. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, denen das Heimtrikot richtig gut gefällt. Ich finde das wirklich geil. Mir gefällt es gut. Ich finde, ja, irgendwie kann ich mit diesem, ja, wie nennt man das denn? Mit diesem runden Naht oben. Ja, mit dieser Naht und darüber alles weiß, kann ich sehr gut leben. Allerdings muss ich auch dazu sagen, sehr wichtig bei dem Trikot wird sein, wie es von hinten aussieht, glaube ich. Und angezogen. Und wie es angezogen aussieht. Und ich würde gerne noch genauer dieses Muster, was in den Streifen ist, erkennen, weil bisher weiß ich überhaupt nicht, was das für Symbole sind. Also das Heimtrikot bin ich irgendwie großer Fan von. Das Auswärtstrikot finde ich sehr, sehr langweilig. Übelst schlicht, aber ich finde gerade das Auswärtstrikot, wenn dann Rückennummer und Name drauf ist und Hertha draufsteht, dann hat es auch eine gewisse Upside, weil es halt so schlicht ist. Und wenn es dann von der Farbkombi her stimmt, dann könnte das auch ziemlich cool aussehen, glaube ich. Auto-Hero drauf. Immer mit Auto-Hero drauf. Es ist so ein bisschen Frankreich-mäßig, oder? 2018 ungefähr. Ja, ja. Blau, blau. Blau, blau. Und ich glaube, was man bei dem Hertha-Trikot dazu sagen muss, das ist ja auch so ein Nike-Template. Also das ist ja quasi nicht nur für Hertha gemacht, sondern ich glaube, Barca hat genau das gleiche Trikot, halt nur in anderen Farben. Was ich halt bei dem Heimtrikot nicht verstehe und ich habe es hoffentlich richtig im Kopf, dass der Rundkragen ist halt schwarz. Das check ich nicht. Das ist quasi ein so schwarzer Streifen. Das check ich nicht. Den Rest finde ich bislang okay. Und ich glaube, an den Ärmeln auch nochmal so eine schwarze Umrandung quasi. Müsste nicht sein. Aber ich weiß nicht, wie findest du es? Weil ich fand, der Tenor war schon extrem negativ irgendwie. Ähm, ich würde, bevor ich antworte, würde ich gerne nochmal Marc fragen, um ihn hier auch nochmal reinzuholen. Ähm, bist du Trikotsammler eigentlich, Marc? Nee, ne? Nee. Nee, nee. Ich will mich jetzt eigentlich mal in dieses Mystery-Box-Ding eigentlich mal, äh, reinarbeiten. Was ist das? Seitdem ich mir letztes ... Ja, das ist, äh, so Mystery-Kits. Das sind so Boxen, die du dir bestellst. Und dann ist da neben so Stickern und bla auch ein Trikot drin von einem Fußballverein. Aber du weißt nicht, von welchem, also du weißt nicht, was für ein Trikot da drin sein wird. Okay. Dann kann es halt sein, dass du, also, dass man dann plötzlich ein Trikot von Anderlecht bekommt oder von US Palermo oder so. Äh, du zahlst dann aber auch eben nicht so viel, wie wenn du das Trikot jetzt in deren, deren Vereinsshop kaufen würdest. Aber gibt's da auch irgendwie eine Grenze nach unten? Oder kann's dann auch sein, dass du so fünfte belgische Liga kriegst? Oder? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das ... Dann würd's ja eher geiler machen. Ja, aber ich glaube, es bewegt sich schon alles im Profibereich. Das ist jetzt alles ein bisschen schwieriger geworden, durch den Brexit, weil viel über, äh, UK-Kommission, gelaufen ist. Deswegen muss man da mal gucken. Aber ich hab mir letztes Jahr dieses, äh, schwarze Bob Marley-Ajax-Trikot geholt. Was jetzt mein ganzer Stolz ist. Und, äh, mal sehen. Vielleicht werd ich noch später zum Trikotsammler. Aber ja, zum, äh, zum Hertha-Trikot. Ja, also, zum Heimtrikot hab ich keine sonderlich starke Meinung, muss ich sagen. Ähm, auf den ersten Blick hat's mir nicht sonderlich gut gefallen. Aber ich bin auch so jemand, der immer sagt, ich muss es getragen sehen. Das hilft mir einfach extrem bei der Visualisierung irgendwie. Ähm, da sortiert sich's immer noch mal ein bisschen anders. Ich find's ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit diesem halbrund, halbrund ausgeschnittenen Kragen. Aber, ähm, schauen wir mal. Das Auswärtstrikot find ich brutal langweilig. Ähm, geht auch wirklich in diese Richtung Schlafshirt. Das hat, das, also, das fand ich schon einigermaßen unterwältigend. Ähm, aber gut, ja, ähm, ich, äh, ich, ich würde gerne in einer Welt leben, in der das Trikot meine einzige Sorge ist. Wir denken an das, äh, damals an das, damals an das pinke Trikot zurück, wo Leute sogar Statistiken erhoben haben, äh, wie oft Hertha diesen Trikot verloren hat und solche Nummern. Ähm, da war die Welt eigentlich noch in Ordnung. Ja, na gut. Okay, das fassen wir jetzt nicht mehr auf. Ich muss auch sagen, ich find's okay, ist jetzt kein, also, haut mich jetzt nicht vom Hocker, aber vielleicht, wenn ich's getragen sehe und ich bin jetzt auch nicht einer, der sich irgendwie die Saison des Trikots kauft. Also, wenn's das mal ohne Sponsor gibt, schlag ich zu, egal, wie's aussieht. Ähm, und, ja, ansonsten bin ich da. Das letzte Trikot, was mir, äh, was in meinem Besitz, was mir so auch dann, äh, also, was ich mir bewusst dann auch geholt habe, war, äh, war doch das Aufsatztrikot, was in diesem Armeemuster ist, in diesem Tarnmuster, aber halt schwarz-blau. Das hab ich ohne, und das hab ich ohne Sponsor. Da hab ich aus der Saison das Heimtrikot. Das hat ja so einfach diesen Rundkragen und ganz blau-weiße Streifen 2019-20. Ja. Das fand ich, ist das perfekte Hertha-Trikot fast eigentlich. Ich hab sogar beide. Ja, geil. Mit diesem, mit diesem schwarz, mit diesem schwarzen Dünnstreifen. Ja, genau. Und diesem Blitz, schwarzen Blitz an der Seite. Wobei ich sagen muss, dass mir das diesjährige Auswärtstrikot eigentlich richtig gut gefällt. Das ist halt mit Autohero drauf, das macht's einfach immer kaputt, aber das Trikot als solches mit, äh, auch dem Türkisen quasi drin, das find ich voll geil. Ja. Ich hab mir die halt beide geholt, nach einer Pause von vielleicht zehn Jahren, wo ich mir kein neues geholt hatte, von Hertha und hab dann aber auch gemerkt, so, ich bin körperlich echt eigentlich nicht mehr so in der Verfassung, um Fußballtrikots zu tragen. Und ich glaube, dabei belass ich's dann jetzt auch erstmal. Einfach XXL kaufen und dann ist eh alles egal, so. Ja, aber die Dinger sind halt einfach für austrainierte Profis irgendwie designt. Keine Ahnung. Obwohl ich, mittlerweile geht's ja schon wieder früher, also es kam so eine Zeit, da waren die so ultraeng einfach. Und jetzt ist das schon ein bisschen mehr Loose. Ja, auch neu. Gedächtnistrikots, so, ja. Da muss man die Fans rausschneiden nach dem Spiel. Ey, aber was ist denn das? Sorry, wir stellen ihn jetzt hier gar nicht ein, aber ist mir aufgefallen, die ganzen Socken sind immer so hinten aufgerissen bei den Spielern. Ist das jetzt irgendwie neuer Trend? Das ist schon ein paar Jahre, glaube ich so. Echt? Die Dinger sind halt scheiße eng. Also, wenn ihr mal ein neues Paar Stutzen, es gibt verschiedene Arten von Stutzen, aber ich glaube, gerade die von den großen Ausrüstern, die sind extrem eng. Also wirklich extrem eng. Und Fußballerwaden sind halt echt dick. Eigentlich macht's überhaupt keinen Sinn, weil es gibt ja eigentlich Stutzen echt auch nur für Fußball, oder? Es gibt ja keine anderen Sportarten, für die die gemacht werden. Vielleicht deswegen, aber vielleicht hat sich's auch so ein bisschen als Style-Ding verselbstständigt. Ja, irgendwie ist mir nur aufgefallen. Aber ich mein, Boateng zum Beispiel macht ja seine Schuhe auch nicht mal zu, weil er so dick umtaped ist. Also vielleicht sind die Dinger auch immer bei denen aufgeschnitten, wo noch Tape unten drunter ist. Kann auch sein, ja. Das kann sein. Gut, dann glaube ich haben wir den Punkt auch abgehakt. Wir müssen mal so ein bisschen ins User-Feedback noch einsteigen. Es haben uns wieder viele Leute geschrieben. Ich meine, es ist jetzt gerade auch eine Zeit, da muss man ja auch leiden. Entsprechend viele Nachrichten erreichen uns da auch da. Das ist auch toll. Also macht das gerne, wie gesagt, weiter. Also da haben uns geschrieben, Andreas, Sebastian, Felix, auch Alexander hat eine super nette Mail geschrieben mit großem Lob. Auch quasi, der arbeitet auch beim Radio und hat uns da gelobt. Also auch vielen, vielen Dank dafür. Seid uns nicht böse, wenn wir da jetzt nicht auf alles ins Detail eingehen. Zwei Nachrichten würde ich aber gerne nochmal rauspicken. Und zwar hat uns einmal Sebastian geschrieben. Sebastian ist auch einer der Leute, die einen Abfallantrag gegen Gegenbauer eingereicht haben. Und er hat so ein bisschen auf unsere letzte Folge, ich glaube speziell da auch auf mich reagiert. Und er hat gefragt, wie man einen Abfallantrag an Gegenbauer jetzt immer noch nicht unterstützen könnte. Und es ginge ja noch gar nicht um neue Kandidaten, sondern erstmal einfach nur darum, Gegenbauer abzuwählen. Und hat uns tatsächlich auch vorgeworfen, dass wir die Hofpresse von Gegenbauer wären. Oder hat zumindest gesagt, dass wir den Ruf bei vielen Herthanerinnen und Herthanern entsprechend weg hätten. Das war uns tatsächlich auch schon bekannt so über Facebook. Man kriegt das ja so ein bisschen so mit. Und ich habe in der letzten Folge gesagt, dass ich einen Abfallantrag jetzt in dem Moment nicht unterstützen würde, wo nur Kai Bernstein, den ich erstens noch gar nicht richtig kenne. Also ich habe noch viel zu wenig Infos über den. Und wenn ich dann halt den Internetauftritt sehe, muss ich halt einfach sagen, schwierig. Kann ich jetzt, also ich kann nicht sagen, das ist jetzt mir genug, um jetzt da irgendwie so einen Abfallantrag zu unterstützen. Weil es ist folgendermaßen, ich habe mich da auch noch mal mit Fabian Drescher in Kontakt gesetzt, der ist ja im Präsidium aktuell. Sobald ein Abfallantrag durchgegangen ist, also sobald diese 75 Prozent erreicht sind, muss in circa vier bis sechs Wochen ein neuer Präsident gewählt werden. Also muss eine außerordentliche MV stattfinden. Er meinte, das ist nicht ganz so starr, vier bis sechs Wochen kann auch ein bisschen länger sein. Aber da das Präsidium dann gar nicht mehr fähig ist, irgendwas zu beschließen, muss das eigentlich relativ schnell gehen. So und ich, also wo ich einfach ein bisschen Angst habe, ist, dass das dann alles so schnell, schnell gehen muss und dann formiert sich irgendwer und dann wählen wir da irgendwen. Davor habe ich einfach so ein bisschen Schiss. Es ist allerdings so, dass die nächste, also diese Amtszeit, die dann quasi oder derjenige, der dann neu gewählt wird oder diejenige, geht ja vielleicht auch, dass die Amtszeit auch nur bis 2024, also bis zur nächsten regulären Wahl gehen würde. Also so ein bisschen Aufprobe. Das finde ich völlig gar nicht so schlecht, weil dann vielleicht auch Leute, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte, sich so ein bisschen beweisen können in den zwei Jahren. Aber gut, das ist nur nochmal als Information, aber jetzt nochmal für alle Hater da draußen. Ich möchte auch einen neuen Präsidenten bei Hertha BSC sehen. Ja, es lief vieles nicht gut unter Gegenbauer und sicherlich ist er auch sicher kein wahnsinnig nahbarer Typ oder so und da ist viel schief gelaufen, keine Frage. Aber ich bin auch einfach zu wenig dran, dass ich jetzt da so drauf haue und ich finde es teilweise auch echt respektlos, was so auf den sozialen Medien passiert. Also ich meine, das ist immer noch unser Präsident, schon seit, weiß ich nicht, jetzt zehn Jahren oder so. Ich finde es teilweise wirklich respektlos, was da abgeht. Und ja, also wie nur so viel. Ich möchte auch, dass da jemand Neues ans Amt kommt, der das besser macht. Und wir haben jetzt auch schon Kontakt zu Kai Bernstein, der hat uns geschrieben. Also wir werden auch den in irgendeiner Form zu Wort kommen lassen. Seid euch da sicher und nicht nur ihn, sondern auch vielleicht alle anderen. In welcher Form müssen wir noch sehen? Wir müssen auch erst mal gucken, wie viele sind es dann überhaupt und so. Also bitte hört auf, da draußen rumzuschwurbeln, weil das ist echt, also dass wir irgendwie bezahlt werden oder irgendwer uns steuert, ist so hanebüchen. Das möchte ich nur für alle meine. Einst hier mit seinen drei Rolex um, aber wird natürlich nicht bezahlt vom Verein. Oh, ich kriege schon langsam Muskelkater, ey. Ihr wisst nicht, dass Lukas seit drei Jahren seinen Job schon längst nicht mehr hat. Also der macht hier nichts anderes mehr. Nee, aber das ist für mich das Ding. Eigentlich sollten wir gar nicht darauf reagieren, so ehrlich bin ich. Nicht, weil mit solchen Unterstellungen eigentlich die Basis gar nicht gegeben ist, um eine Diskussion zu führen. Wer davon spricht, dass wir die Hofpresse seien, der davon spricht, dass wir noch nie ein schlechtes Wort über Werner Gegenbauer und Leute, die mit ihm assoziiert werden, wie Axel Kruse gesagt hätten. Und dann auch noch am Ende unterstellt, dass wir da irgendwelche Verbindungen hätten oder bezahlt werden, der, naja, der hat sich eigentlich ausgeschlossen für gewisse Diskussionen. Wir versuchen das trotzdem aufzunehmen, aber das ist zum Beispiel der Punkt, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der wird wahrgenommen haben, dass wir Werner Gegenbauer gegenüber kritisch stehen, dass wir da sehr viele Dinge kritisch sehen, dass wir diese auch angesprochen haben, dass wir diese auch angesprochen haben, als wir mit ihm gesprochen haben. Daraus ist kein Streitgespräch geworden, wollten wir aber auch nie. Wir wollten Dinge einfach besser verstehen können und in so einem ersten Gespräch, Verzeihung, muss man jetzt auch nicht direkt auf die Zwölf gehen. Also wer hat uns da dann irgendwas unterstellt, weiß ich nicht, finde ich völlig hanebüchen und wie Lukas schon gesagt hat, wir wünschen uns einen anderen Präsidenten, aber nur weil man nicht Krieg den Palästen rumschreit, ist man nicht plötzlich uneingeschränkt pro Gegenbauer oder so. Diese Dichotomie, in der Leute da immer denken in Diskussionen, entweder bist du klar dafür oder klar dagegen, ist immer nicht so ganz einfach und dementsprechend schauen wir einfach mal, wie sich diese Sache weiterentwickelt mit dem Präsidium, mit dem Abwahlantrag, aber diese Unterstellung, das ist einfach wirklich Wahnsinn. Genau. Gut, das jetzt einfach mal dazu. Und Kenneth hat uns noch geschrieben, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich denke schon. Er hat nochmal so ein bisschen Kritik geäußert, dass er das Gefühl hat, dass wir zu oft verbal auf die Ultras oder die aktive Fanszene irgendwie draufhauen würden und dass er sich da mehr Feingefühl von uns wünscht. Und ich nehme das jetzt auch mal auf als Kritik. Ich weiß nicht, Luis, du hörst ja manchmal den Podcast auch. Ich meine, gut, wir kennen uns jetzt und so. Wir schwimmen da auf einer Welle. Aber ich glaube jetzt nicht, dass wir die sind, die jetzt so krass draufhauen. Ich glaube, wir versuchen das schon irgendwie ein bisschen differenziert zu machen. Ich wollte gerade sagen, ich finde, eigentlich wurde das ja auch relativ kontrovers immer diskutiert, weil ja zum Beispiel auch bei vielen Folgen manchmal Steven da dabei ist, der, glaube ich, vielleicht da nochmal eine etwas andere Meinung oder was heißt eine andere Meinung, aber nochmal andere Perspektiven drauf hat. Fand ich jetzt nicht, dass das einseitig war, ehrlich gesagt. Ich finde es okay, dass er, wenn er das Gefühl hat, also Kenneth in dem Fall, dass du uns da schreibst, das ist in Ordnung. Aber ich sehe es, glaube ich, eher nicht so. Und ich nehme das jetzt mal auf und versuche es mal im Hinterkopf zu behalten. Aber ich werde da jetzt mit meiner Meinung, wenn jetzt irgendwie da wieder so eine Trikotaktion oder so ist, dann werde ich halt jetzt nicht sagen, das ist alles toll oder meinen Mund halten. Also, naja. Und wir müssen mit einem Missverständnis noch kurz aufräumen. Langjährige Hörer werden das wissen, andere nicht. Marc, er hat gesagt, dass du ja der Fan-Experte seist und dass er sich eigentlich mehr wünscht, dass dann irgendjemand von der aktiven Fanszene auch dabei wäre. Aber Fan-Experte ist einfach nur ein Scherz meinerseits. Ja, also, genau. Also, der Rahmen dieses Witzes ist, dass ich vor vielen, vielen Jahren, das ist echt lange her, irgendwann mal von der BZ, glaube ich, irgendwie gefragt wurde, ob ich zu irgendwas sag. Also, damals war ich nur bei Hertha Baze und bla. Und ich wurde zu irgendeinem Thema befragt. Keine Ahnung mehr. Und da habe ich dann quasi ein Zitat geliefert. Und sie haben mich mit Fan-Experte Marc Schwitzki betitelt, was vorher nie abgesprochen war oder irgendwas. Und wir fanden das sehr lustig. Und daraufhin wurde das einfach so ein Running-Gag. Ich würde mich selber niemals als Fan-Experte bezeichnen. Also, um Gottes Willen. Richtig schon. Ja, du schon. Aber du bist auch langsam etwas senil. Deswegen will ich da auch nicht mehr gegenreden und lass dich einfach machen. Und nee, keine Ahnung. Deswegen nehmt das bitte nicht zu ernst. Genau. So, das sind die Sachen. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was da am Wochenende passiert ist. Es fing ja alles an mit einem großen Rahmen in Dortmund. Max, so macht man Verabschiedungen, oder? Also, da können sich Hertha Baze 10 ein bisschen was abgucken. Ach so. Jetzt stand ich gerade kurz auf dem Schlauch. Jetzt hatte ich Angst, irgendwas verpasst zu haben. Du meinst Schmelzer und Zorc. So ist es. Ja. Niklas Stark hat wahrscheinlich auch ein bisschen neidisch rübergeguckt. Klar. Ich meine, Michael Zorc ist vielleicht ein bisschen auch ein anderer Typ Legende und auch Schmelzer als jetzt Stark bei uns. Aber klar. Das war schon ein gebührender Abschied. Wäre schön gewesen, hätten wir das für Stark in einer vielleicht ein bisschen abgeschwächten Form auch hinbekommen. Ja. Also, ich wollte jetzt auch nur darauf hinaus, dass es halt einfach, also, dass das bei Hertha so katastrophal ist. Das hat man ja auch in den vergangenen Folgen mal thematisiert. Aber da hat man wieder gesehen, wie es dann auch geht. Es kostet nicht viel, den Leuten einfach einen Blumenstrauß zu überreichen. War eigentlich in der Halbzeit auch noch mal was? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Beim BVB jetzt? Ja. War in der Halbzeit und vor dem Spiel was? Da war Schmelzer beim Interview und nach dem Spiel. Ich glaube, vor und nach dem Spiel nur, glaube ich, war da irgendwas los. Naja, und das war ja auch insgesamt, das waren ja einfach riesige Choreografien. Es waren ja riesige Choreografien. Also, die für Zorc vor allem war ja die komplette Süd. Schmelzer war dann ein relativ großes Trikot, glaube ich, einfach nur. Aber ja, das war ja schon auch mal ein bisschen mehr als jetzt ein Blumenstrauß. Das stimmt schon. Das stimmt schon. Aber ja, ich finde einfach, man kann da mal rüber gucken, dass sowas auch geht. Und ich finde, in letzter Zeit, also ich kann mich an keine Verabschiedung erinnern, die in dem Rahmen abgelaufen ist. Also, Pal, selbst da. Wobei, die war auch, fand ich, also da gab es halt einen Blumenstrauß und einen Bilderrahmen. Aber gab es da eine Choreo? Eigentlich nicht, oder? Nee, das, ich kann mich an keine Choreo jemals erinnern. Ich war, also, ich war da auch sehr jung, aber gab es eine Choreo. Ich war beim Spielerabschied von Paul Daday da. Ich war beim Abschied von Gabor Kiray da. Auch jetzt Fabian Lustenberger als sehr verdienter Spieler und Kapitän. Da gab es ja nie sowas. Nö. Boah, ich müsste noch mal nachgucken. Ich glaube, bei Paul gab es zumindest größere Spruchbänder, oder? Das kann gut sein. Es gab riesige Choreografie und es gab schon Spruchbänder, aber nein, so vergleichbar natürlich nicht. Na gut, aber deswegen sind wir ja auch nicht hier, sondern wir wollen über das Spiel reden. Und zwar, ja, diesmal in so ein bisschen offenerer Form. Also, ich glaube, wir brauchen jetzt hier nicht jede Minute einzeln durchgehen. Max, ich habe eigentlich ein gutes Spiel gesehen, so, von Hertha. Magath hat auch gemeint, er ist jetzt beruhigt nach dem Spiel eigentlich für die Relegation, weil er hat eine super Leistung gesehen, der Mannschaft, und dass man mit so einem Top-Team mithalten konnte. Aber war nicht Dortmund auch schon so ein bisschen mit einem Fuß in der Sommerpause? Man muss mal kurz dazu sagen, der Transparenz halber, ich habe quasi Parallelkonferenz und Hertha geguckt, weil ich A, auch Köln, Stuttgart sehen wollte und B, ich gucke immer den letzten Spieltag traditionell mit den Leuten, mit denen ich Comunio spiele. Und da ist das natürlich auch ziemlich entscheidend. Deswegen, ich habe schon sehr viel auf den Laptop geguckt, der quasi neben dem Fernseher, wo Konferenz lief, war. Aber ich habe jetzt auch nicht alles volle Kanne aufmerksam geguckt, wie ich, wenn ich jetzt alleine Hertha gucke, gucke. Also, was ich gesehen habe, war, dass es Magath Masterclass war. Sie standen sehr, sehr gut hinten drin, teilweise zu zehnt, vor dem eigenen Strafraum. Dortmund, wie Dortmund halt in den letzten Monaten immer spielt, halt einfach nicht zwingend. Also, es waren wenig klare Torchancen. Es war relativ leicht, glaube ich, zu verteidigen im Vergleich zu Auftritten, die es in Dortmund für uns schon gab. Und ich würde einfach mal behaupten, wenn dieser Drecks Elfmeter nicht kommt, dann kriegen sie es auch über die Zeit, weil Dortmund aus dem Spiel heraus kein Tor mehr schießt. Behaupte ich einfach mal. Aber unterm Strich fehlte halt auch da der Plan B. In dem Moment, wo es 1-1 fiel, war irgendwie auch klar, jetzt fangen sie sich dann doch noch eins. Und nochmal einen Nadelstich zu setzen, das war irgendwie dann halt auch klar, das kriegen sie nicht mehr auf die Reihe, weil einem auch die Fantasie fehlt, wenn ein Serdar dann ausgewechselt ist, wenn auch ein Jovitic bis zur 93. Minute wieder auf der Bank sitzt. Wer soll denn irgendwas nach vorne noch machen? Das ist dann halt in dem Moment, wo Hertha ein Gegentor bekommt, ist es im Prinzip vorbei. Tatsache. Luis, wie hast du das 1-0 erlebt? Für Hertha? Ja, weil ich habe diesen Elfmeter gesehen. Also, kann man ja auch nochmal kurz drüber sprechen. Ich habe also auch da, ich habe neben meinem Schwager in Spee gesessen und der ist Drittligaschiedsrichter und dann frage ich den natürlich immer aus, wie hast du das jetzt gesehen? Ist das jetzt richtig? Wie viel hat er dafür kassiert? Warum winkt er jetzt nicht mit der Fahne und so weiter, ne? Und er meinte, den kann man echt gut geben, den Elfmeter, weil er meint, das kann in der Bewegung, er trifft ihn. Du meinst den für Belfodil? Ja. Ich meinte mit Drexelfmeter den zum 1-1, ne? Ja, ja, genau. Das habe ich schon bekommen. Ey, ich schließe mich an. Ich finde, man kann ihn geben. Ich finde aber ehrlich gesagt auch, für mich wäre jetzt auch keine Welt zusammengebrochen, wenn sie ihn nicht gegeben hätten. Weil ich finde, er fängt schon so ein bisschen an zu rutschen, bevor er getroffen wird. Aber ich fand es okay. Und ich muss ehrlich sagen, ey, in dem Moment, es war ja relativ schnell klar, dass es kein Abseits ist. Obwohl Markus Lindemann noch gefühlt dreimal gesagt hat, ja, klares Abseits, da muss man ja gar keine Gedanken machen. Ich habe auch noch jemanden interviewt, der uns auch nochmal sagt, was seine Meinung dazu war. Ein reguläres Tor. Ich habe genau auf Linie gestanden. Und das ist absolut regulär gewesen. Und wenn du ein Schiri so was hast, ist das nur Schiebung. Absolute Schiebung, 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 was? Ja, eben, ganz genau. Und das war mir relativ schnell klar. Ich war mir dann lange unsicher, ob es den Elfer wirklich gibt. Wie gesagt, ich finde, es ist okay irgendwie. Ich finde, es ist okay. Das Glück muss man dann auch mal haben. Ist halt auch blöd von Zagadou. Ja, absolut. Seien wir mal ehrlich, da den Fuß rauszustellen. Also, mein Gott. Zeigt halt auch, warum der vielleicht, also der geht ja jetzt, warum der keine langfristige Rolle beim BVB wahrscheinlich spielt. Aber ehrlich gesagt, ich konnte es nicht glauben. Und ich habe das Spiel gesehen und ich dachte wirklich, wir kriegen jetzt hier den Elfmeter und wir können es 1 zu 0. Ich war aus dem Häuschen. Aber ich finde, es war ein völlig klarer Elfmeter. Selbst wenn er ihn nur leicht berührt, in dem Moment, wenn du es aus... Also durch diese Strauchel. Safe in Kontakt auf jeden Fall. Aber wenn es quasi in so einem Richtungswechsel einen Kontakt gibt und er stoppt ab und der andere kommt halt nicht richtig zum Abstoppen, dann ist es safe in Elfmeter. Aber das finde ich halt, er stoppt, er fängt halt schon, finde ich, vor ihm Kontakt so ein bisschen an, den Halt zu verlieren. Aber ey, wie gesagt, trotzdem, ich finde es in Ordnung. Ich finde es absolut in Ordnung. Ich habe mich dann vor allen Dingen gefragt, wer schießt den jetzt? So, weil ich wusste jetzt bei unserer Elf nicht, wer da jetzt der... Davy fehlt halt. Genau, Davy fehlt. Der bricht sich doch immer alles beim Schuss. Ey, und man muss sagen, ey, Belfodil schießt den überragend neben den Häuschen. Nicht ganz so gut wie der von Selke letztes Mal, aber er war schon eh nicht gut. Aber in der Situation, ich weiß gar nicht, war das vor... Vor der Süd. War vor der Süd, ne? Da die Nerven zu behalten, nicht schlecht. Und apropos Nerven, ich fand die erste Halbzeit, da konnte man wirklich stolz auf die Mannschaft sein. In der Situation, in der sich Hertha befand gegen einen BVB, der da vorher ja auch eine Party veranstaltet hat. Also ich dachte kurz vor Angriff, okay, die rotzten Hertha 7-0 weg. Die sind jetzt an so einem Rausch, das ist gutes Wetter, gute Laune, da werden Leute verabschiedet, Haaland will nochmal ran. Ich dachte, das könnte richtig übel werden. Und quasi mit dem ersten Zweikampf hat Hertha diese ganze Stimmung im Keim erstickt und gesagt, nee, nee, also für uns geht's hier noch um was und genauso wird hier auch gespielt. Und wir schenken euch da keinen Meter. Und die erste Halbzeit war in der ganzen Art und Weise, wie Hertha dieses Spiel angenommen hat, sehr honorig. Also auch da den BVB auch nicht, also auch tief gestanden, aber situativ dann ja doch wieder gepresst. Sehr, sehr gut die Abstände eingehalten, super diszipliniert gespielt, jeden Zweikampf sehr gut gehalten, sehr konzentriert, auch bei Hereingaben. Also da gab's keine, Zitat, paar Dada-Kaos-Momente im Strafraum, weil Kempf und Boyata das alles immer sehr sauber geklärt haben. Dann hattest du sogar ein, zwei gute Umschaltmomente, wo nicht so viel gefehlt hat. Ähm, und diese erste Halbzeit, finde ich, war fast schon erschreckend sicher von Hertha, weil man das dieser Mannschaft eigentlich in solchen Drucksituationen gar nicht mehr richtig zugetraut hat. Es ist dann bloß die zweite Halbzeit gewesen, in der insgesamt einfach zu wenig kam, was aber auch von den Einwechslungen begünstigt wurde, finde ich. Ja, und ich hab halt, ich hab wirklich null gejubelt beim Treffer, gar nicht. Boah, ich hab mich schon krank gefreut, ganz ehrlich. Same, ja, ich auch. Ich wirklich gar nicht, weil ich wusste einfach, du, das reicht, es reicht nicht, ein Tor zu schießen, um in Dortmund einen Punkt mitzunehmen. Das, also selbst nach der Halbzeit und selbst, also ich weiß nicht, ja, du hast schon recht, Marc, ich fand auch, das war eine gute Halbzeit. Ich hab's auch euch geschrieben in der Gruppe so, ey, das war super und ich war da richtig gut. Aber irgendwie hatte man auch das Gefühl, dass die so ein bisschen schlapp sind, die Dortmunder. Ja, also das auf jeden Fall. Also ich find wirklich, ich stimme auch jedem Wort von Marc zu, ich fand Hertha hat eine gute Halbzeit gespielt, ich fand Maxim Mittelstadt hat eine seiner besten Halbzeiten seit Ewigkeiten gespielt. Der hat alles richtig gemacht in den ersten 45 Minuten, aber ich fand schon auch, ey, der BVB, die waren schon auch wirklich am Chillen. Also da hatte man auch Glück, die in der Phase zu erwischen. Und die haben's einem auch schon leicht gemacht, fand ich, das zu verteidigen. Also sowas nicht. Also man hat ja dann auch schon irgendwann gesehen, wenn der BVB ein bisschen mehr aufs Gas drückt und Jude Bellingham halt einmal im Spiel zeigt, was er kann, dann wird's halt schwer. Aber ja, ich war zur Halbzeit auch guter Dinge. Also muss ich wirklich sagen, vor allen Dingen auch der VfB ist ja vor uns schon in Führung gegangen, glaube ich. Die sind ja früher und da dachte ich schon, alles klar, der Tag wird so dramatisch wie erwartet und als wir dann das Tor gemacht haben, war ich okay, passt schon. Und hätte nicht gedacht, dass es dann ab der zweiten Halbzeit irgendwie so anders wird. Relativ kurz nach der Pause, glaube ich, ausgeglichen. Wir lagen 1-0 vorne und in Stuttgart fiel das 1-1, wo man dachte, okay, jetzt muss halt wirklich viel passieren. Aber ich hab halt, wie gesagt, ich hab halt mit Kumpels geguckt, wovon auch fast alles Berliner sind oder es sind alles Berliner und sieben oder acht Leute, die entweder Fan oder Sympathisant zumindest sind. Und das ist halt auch irgendwie bezeichnend für Hertha, dass da acht Leute sind, die seit 20 oder mehr Jahren Hertha verfolgen und es steht 1-0 für Hertha. Und Köln macht den Ausgleich und alle sagen, es geht wahrscheinlich trotzdem halt noch schief. Ey, genau das waren meine Worte. Genau das waren meine Worte. Und um mich rum. Und das hat mich letztens schon genervt, als Bayern gegen Stuttgart gespielt hat, wo alle gesagt haben, Lukas, jetzt hör doch mal auf, dich so aufzuregen. Chill doch mal ein bisschen so. Und genau dasselbe war wieder. Ey, man hat's bei Bielefeld schon geahnt, oder? Sorry. Sorry, Marc. Alles gut. Also ich hatte das aber auch, dass ich ja, ich bin ja auch quasi jede Woche hier von meinem Sportradio und dem Bulli-Special, da wurde ich auch immer quasi gebremst und gesagt, ja, aber jetzt sieht's doch echt komfortabel aus mit den vier Punkten. Und ich meinte, und ich sag dir jetzt mal, es ist Hertha BSC, von dem wir reden. Also da ist nichts komfortabel, wenn's nicht sicher ist. Und das hatte auch mein ehemaliger Mitbewohner, übrigens Lautern-Fan, der hat jetzt auch noch ein bisschen was zu verlieren, der Relegation. Und meinte auch so, ja, das ist durch, Marc, was machst du dir für Sorgen? Und ich hab mir so, nee, es ist nicht durch, es ist nicht durch. Und ja, also selbst mit diesem 1-zu-2-Treffer aus härter Sicht von Moukoko, auch wieder so das Ding, der, weißt du, gefühlt schon nicht mehr in Dortmund, spielt das erste Mal seit vier Jahren, wieder trifft das erste Mal seit fünf, so gefühlt. Und selbst da war's ja nicht entschieden. Der Klassenerhalt schwebte ja immer noch quasi, weil wir alle wussten, ne, solange Köln, äh, ja. Na, da war die Situation hergestellt, mit der wir doch alle gerechnet hatten, dass wir halt auf Köln gucken müssen, oder? Ja, genau. Eigentlich war nichts anders, als ich das erwartet hatte. Im Nachhinein war es fürs Herz ganz gut, dass es so spät war, dass man nur noch Köln gucken musste, so. Ja, tatsächlich. Ja, ich fand die zweite Halbzeit einfach, wenn wir mal kurz bei dem Spiel bleiben quasi, weil der Treffer von Stuttgart fällt ja auch erst sehr spät, die zweite Halbzeit war viel zu wenig von Hertha. Also, wenn du dir dieses Stuttgart-Spiel im Vergleich mal anguckst, wie die da eine Energieleistung auf den Rasen gebracht haben, klar, die sind fußballerisch einfach besser eingestellt vom Trainer, die haben offensichtlich einfach ein paar mehr Mechanismen. Aber das war auch der unbedingte Wille, ähm, das aus eigener, also mussten ja auch aus eigener Kraft, aber trotzdem dieses, diese unbedingte Wille, da offensiv was zu tun und dieses Anrennen und diesen Gegner einfach auffressen, das hat es in der zweiten Halbzeit bei Hertha nicht mehr. Und das begann schon, finde ich, also erst mal kam Richter für Ekelenkamp zur Halbzeit, hab ich nicht verstanden, weil, klar, Ekelenkamp hatte offensiv ein paar unvollständige Situationen im Verteidigen gegen den Ball, war aber sehr diszipliniert und Richter sollte ja gar nichts gelingen an diesem Nachmittag. Ähm, dann kommt in der 55. Wladimir Darida für Serda, Serda so der einzige quasi neben Belfodil, der mal einen Ball halten kann vorne, äh, hab ich, also das war auch schon das Zeichen für Leute, jetzt machen wir das Ding dicht. Ja, das war, das war für mich genau der Moment, wo man gesagt hat, okay, jetzt versuchen wir alles, alles wegzuhalten. Dann kommt Björkern für Mittelstädt, gut, das war dann aufgrund, äh, körperlicher Probleme bei Mittelstädt, äh, das, das ist so ein Ding, ähm, aber ich weiß nicht, diese ganze Halbzeit, zweite Halbzeit war dann doch wieder dieses Ängstliche, war dann doch, es hat, es war nicht das Stuttgart-Spiel, es war das Mainz-Spiel und das finde ich krass irgendwie, äh, dass, Hertha, wie gesagt, ein Punkt, ein Punkt mehr in diesen letzten drei, zwei Spielen, und das wär durch gewesen, und da musst du doch, um Gottes Willen, alles investieren, und es ist doch ne Binsenweisheit, dass du gegen Dortmund und Bayern dich nicht hinten reinstellen brauchst, weil das Ding wirst du so oder so kassieren, wo du sie wahrscheinlich bekommen könntest, ist in der Defensive, wie gesagt, Dortmund hat, also hatte vor dem Spieltag, glaube ich, ein Gegentreffer weniger als Bielefeld, so, die kannst du offensiv schon knacken, wir haben's im Hinspiel ja auch gesehen, und sich dann so hinten reinzustellen, das ist dann auch das Warten auf das Unglück. Ja, und ich finde, vor allen Dingen, es gibt ja auch, man kann ja so und so verteidigen, ne, in der ersten Halbzeit hatte man ja schon das Gefühl, man verteidigt zwar nur, aber man verteidigt mit einer gewissen Haltung und einer gewissen Energie, und in der zweiten Halbzeit, ja genau, und in der zweiten Halbzeit speziell, als dann die Wechsel passiert, dann hast du wirklich das Gefühl, dass Hertha drum bettelt, und du hast halt auch, aber da muss man jetzt gar nicht mehr so tief einsteigen, gesehen, bei dem Kader, auch dann, wie gesagt, nach den Wechseln, die fehlen halt offensiv sämtliche Waffen, du hast halt gar keine Waffen, dieser eine Marco-Richter-Schuss, das war die einzige Chance, glaube ich, im zweiten Durchgang. Nee, der hat ja in allerletzten Sorg, der hat ja einen ganzen Spruch noch ein, aber trotzdem, also man hat wirklich, es war eine andere Energie, es war weniger Urgency, würden die Amerikaner sagen, und was ich da auch so bezeichnen fand, Björkern kommt in der 65. Minute rein und geht in der 88. wieder raus, und es war völlig okay, es war völlig, es war leistungsfähig, gerecht, und das ist halt bitter, dass man es dann wieder hat, so kommen sehen, und ja, also wir haben heute Morgen auch schon drüber gesprochen, natürlich ist es verdient, dass Hertha jetzt in dieser Relegation ist, aber wie man es die letzten drei Spiele hergeschenkt hat, ist halt trotzdem echt episch irgendwie. Das ist schon krass. 91. 81. und 84. hat man jeweils den entscheidenden Gegentreffer kassiert. Ja. Lass uns mal nochmal ganz kurz ein bisschen vorspringen, und zwar zum 1 zu 1, Max, weil ich hab's irgendwie, bin ich mir noch nicht so richtig schlüssig. Ist das ein Elfer oder ist das keiner? Ey, ähm, da müsstest du jetzt mal deinen Drittliga-Kollegen nochmal fragen, wie es genau im Regelwerk steht. Also er hat gesagt, muss man geben, und das ist anscheinend auch so. Und das Erben auch. Weil genau die Begründung was ist? Weil der Arm zu weit vom Körper weg ist, ähm, und der da ganz klar in die Hand geht, ist keine, also keine angelegte Hand, und dann ist es Hand. Aber verändert nicht quasi die Kurzfristigkeit, die man hat, um zu reagieren, irgendwas an dieser Auslegung? Ich weiß nicht, weil ich meine, der Ball springt ihm aus einem Meter halt dagegen, er ist auf dem Weg Haaland hinterher, äh, oder, oder ist es Haaland? Ja, ich glaube, er rennt Haaland hinterher, der irgendwie quer durch den Strafraum läuft, äh, läuft. Ja, im Endeffekt, klar, der Ball springt total an die Hand, aber, wenn der Kuppel sagt, man muss ihm geben, okay, da muss man ihm übergeben. Wir sind hier, glaube ich, wieder bei dem alten Problem, Scheißregel, aber richtig umgesetzt. Ja, das ist wirklich eine Scheißregel, weil er kann, er kann doch gar nichts machen. Guck dir das mal in Realgeschwindigkeit an, er weiß doch gar nicht, wo er überhaupt gerade ist in dem Moment. Ja, übrigens super, dass sich Santi Ascacibar in der Szene, weil er zum wiederholten Mal auf diesem, äh, Bildschirm mitgucken will, die fünfte gelbe Karte abholt. Das kann auch wieder nur ein härter Spieler schaffen. Ja, aber Taktik, um im Rückspiel dabei zu sein. Ja. Ja, ja, super. Er wird halt fehlen, ne? Ja. Ja, Tatsache. Weil auch, finde ich, Ascacibar und Tuzar, es hat sich die letzten fünf Spiele für Hertha gehalten. Ja, die Art von Fußball, wie Magath spielen will, passt das sehr gut. Dafür hat sich's gefunden. Das ist halt, ne, die Art von Fußball, weil Ascacibar macht nix offensiv. Nee. Also, der räumt nur weg. Wobei er eigentlich technisch zum Beispiel eine Klasse besser ist, finde ich, als Tuzar. Also Tuzar muss immer erst mal so fünf Sekunden sich sortieren, der ist ein bisschen dynamischer, aber teilweise spielt er halt auch mal so zehn Meter Bälle, zehn Meter am Mitspieler vorbei. Und Ascacibar ist so auf klein, klein, das kann der schon. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er noch ein bisschen mehr nach vorne machen würde, aber ja. Ja, nee, also, der wird auf jeden Fall fehlen. Da kommen wir vielleicht noch im Ausblick gleich zu. Ja, gut, Tor zum 2 zu 1 haben wir jetzt auch schon eigentlich besprochen. Moukoko, ich meine, der ist einfach sauschnell und wie der den macht, ey, das kannst du auch keinem erzählen an Infosten. Jetzt kann man diskutieren, kann Lotka den halten? Beim Football sagt man, if you can touch it, you can catch it, oder? Ja, das hat auch Oliver Kahn immer gesagt, oder? Na, ich bin kein Keeper, ich stand auch nie im Tor, ich habe mich weggeduckt, wenn irgendeiner auch nur ein bisschen zu hart geschossen hat, aber ich bin schon der Meinung, wenn ein Torwart mit der Hand dran ist, dann kann er ihn halt auch rauskratzen. Und der war ja jetzt keine Granate, war halt platziert. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich ihm da einen Vorwurf haben will, zumal, und da müssen wir auch noch kurz drüber reden, der ja anscheinend mit einer Gehirnerschütterung und einem Nasenbeinbruch auf dem Platz stand. Das sollte jetzt auch nicht als Vorwurf ihm gegenüber gemeint sein. Nee, 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 ich habe das verstanden, aber der hat ja fast das Tor kaputt gemacht mit seinem Kopf. Das ist ja so gescheppert. Hätte ich aber auch Lotka zugetraut, bin ich ehrlich. Also, wenn jemand so Oliver Kahn-Vibes hat, dann Lotka und Kahn hätte sich einfach durch den Pfosten gebissen. Aber ja, keine Ahnung, also das 2 zu 1 fand ich so, ist auch, also erstmal dieser Pass von Bellingham, wenn ich nicht so konsterniert gewesen wäre, aufgrund des Treffers hätte ich applaudiert. Also, Wahnsinnsball. Dann ist Kempf halt einen Meter später dran, aber der Stürmer wird immer im Vorteil sein, weil er spekuliert. Das ist ja auch so eine alte Fußballweisheit. Der Stürmer wird auf diesen Pass spekulieren, wird immer den einen Gedanken schneller sein. Und dann macht er den einfach sehr platziert. Also, boah, keine Ahnung. Das ist halt so eine Szene, wo ich kaum jemandem Vorwurf machen will. Aber das Lotka ... Und wir haben Kempf vorgemacht. Ja, seh ich nicht, sorry. Also, ich bin auch kämpfkritisch gewesen eine längere Zeit, aber da, boah. Also, dass du da so schnell schaltest und dich vor Moukoko bringst, schwierig. Ähm, so, und ... Ja, Lotka ... Ich hatte auch getweetet so, dass der sich dann anscheinend, weil ich dachte, wenn er weiterspielt, hat er sich's nicht gebrochen, dass er sich dieses Nasenbein nicht gebrochen hat, grenzt an ein Wunder. Ja, war halt kein Wunder, hat er sich gebrochen. Wahnsinn, dass der damit eigentlich noch das gesamte Spiel ja durchzieht. Und jetzt hat er ja bislang auch noch nicht trainiert. Der wird wahrscheinlich nicht dabei sein. Naja, ist ja völlig irre. Wenn er eine Gehirnerschütterung hat, dann darf der am Donnerstag nicht auf dem Platz stehen. Punkt. Ja. Ähm, wenn ... Ja, und ich bin da mal gespannt, weil Schwolo ... Rein von der Hierarchie her müsste Schwolo in den Kassen zurückkehren. Der trainiert aber ja aktuell auch nur individuell. Ich wollte gerade sagen. Das spielt ja auch nicht. Dann wird ... Dann wird dann ... Ja, oder Palmowski, der ist doch im Sack, weil der spielt bei der Regionalliga. Einfach die Nummer sechs hinterher schieben. Nochmal so eine Geschichte schreiben. Wäre doch schön. Weil die werden immer besser. Ja. So weiter ... C-Jugendkeeper irgendwann im Tor. Haben wir nicht noch einen Dardai, der am Tor steht? Hertha hat das falsch verstanden. Ja, nee. Gibt leider keinen vierten Dardai. Noch nicht. Wer weiß, was Palmowski vorhat. Hat er jetzt Zeit. Aber nee, dann wird's sehr wahrscheinlich Christensen, bei dem wir jetzt rein von der Mentalität her und wie er in der Mannschaft ist, nicht bange wäre. Aber eben die mangelnde Spielzeit kann sich dann ja vielleicht doch in Nuancen irgendwie zeigen. Aber da, wie gesagt, sind wir, glaube ich, dann beim Ausblick eher. Lottke hatte ja sogar nach der Szene, hatte ja sogar noch eine gute Szene, wo er Reus mehr oder weniger sehr gut abläuft. Und dann da auch wieder Emotionen zeigt, die dieser Kader gefühlt gar nicht kennt. Das ist schon gut da. Ich bin sehr gespannt, wie diese ganze Personalie dann auch am Ende geklärt wird. Zum Thema Christensen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ein blonder Keeper unverhofft zu Hause gegen den HSV im Tor stand. Oh, hör auf. Jetzt hör auf. Ihr erinnert euch, oder? Ich erinnere mich gut. Nico Bursch. Wer war es? Seh Roberto und wer hat den anderen von der Mittellinie? David Jarolim. David Jarolim. Ich war im Auto mit meinem Vater auf der Autobahn. Ich war im Auto auf der Autobahn. Wir haben es im Radio gehört und wir dachten, das gibt's doch nicht. Wie kann das sein? Der Kommentator war völlig perplex. David Jarolim. Wir kriegen seit zwei Jahren hin, dass David Jarolim ein Tor von der Mittellinie schießt. Und ich weiß noch, da hat doch Hertha sogar 1-0 geführt. Arne Friedrich. Er ist einfach über den ganzen Rasen zur Ostkurve gerannt. Die alten Zeiten, ne? Ich will jetzt den Teufel nicht an die Wand malen. Ich wäre ehrlich gesagt, ich fände es unabhängig davon, dass ich mir auch wünschen würde, dass Lottger jetzt im Tor steht, allein damit diese Baustelle nicht nochmal aufgemacht wird vor diesen Spielen. Aber ich fände es schon interessant, den zumindest mal im Tor zu sehen, weil gefühlt dachte ich schon, das muss ja eigentlich irgendwann die Nummer 1 werden. Ich meine, Schwolo, ich war nie von ihm überzeugt, seit er in Berlin ist, weil ich finde, der hat viel zu viele von dieser Art Tor bekommen, wie das zweite, finde ich, jetzt von Moukoko war, wo man dachte, an einem richtig guten Tag hat der einen richtig guter Bundesliga-Torhüter und das wäre jetzt natürlich nochmal eine ganz gute Bewerbungschance für Christensen auf diesen Nummer 1-Platz. Das wäre ja sehr lustig, wenn er in diesen beiden Spielen eine Weltklasse-Leistung zeigt und Bobic bei Dortmund nochmal durchruft, du wegen Marcel, ne? Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Könnte er haben. Ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Aber ohne, dass ich dir den Moderationsjob klauen will. Hey, Gerne, ich bin froh, wenn es jemand einfach hier ein bisschen übernimmt. Mich interessiert nur, wie habt ihr dann das Stuttgarter Tor erlebt? Nee, weil ich habe nur härter geguckt. Ich saß auf dem Klo. Ah, okay. Geil. Nee, weil ich habe es nervlich nicht ausgehalten, weil mein Vater hat dann umgeschaltet auf die Einzeloption und ich habe gesagt, ich kann es mir nicht geben, weil es war ja alles gut. Es war ja noch alles gut. Ich habe gesagt, ich muss jetzt weg, bin noch nach unten ein Bier geholt gegangen, war nochmal auf dem Klo und dann sitze ich auf dem Klo und höre oben, boah, steht der blank. Boah, jetzt ist ja. Ist aber eine nüchterne Variante, damit umzugehen. Naja, also meine Familie ist da gediegen, muss man sagen. Also die waren da, also ich glaube, sie haben mir ja gedacht, scheiße, wenn der jetzt hochkommt und das sieht, was passiert dann. Aber ich bin einfach, ich habe mir mein Bier aufgemacht, bin einfach rausgegangen und habe mich auf der Trasse gesetzt und so habe ich das erlebt. Ich war auch froh, nicht nochmal Bilder sehen zu müssen, wie die da, also ich habe nur dann halt gesehen, wie die alle übereinander liegen und das ganze Stadion komplett ausrastet und so und also das, das war ich auch froh. Ja, also jeder, der im Stadion war, kann, glaube ich, froh sein in Dortmund, dass er diese Bilder nicht sehen musste, weil das war nochmal ein Stich ins Herz. Ja, bei mir war es so, ich habe die ganze Zeit nur härter geguckt und dann auf dem Handy mir das quasi vor den Laptop gestellt und dann Stuttgart in der Einzeloption und war anscheinend zwei Minuten weiter hinten, weil dann kam, da lief gerade erst die Nachspielzeit und dann kam aber schon vom Kicker die Push-Mitteilung runter. 2-1 Stuttgart, da habe ich einfach das Handy zugemacht, habe weiter zugeguckt, dann war es halt vorbei und ich habe so mit meinem Bruder geguckt. Boah, ich habe mich selten wirklich in meinem Ferienleben so leer gefühlt, ich habe auch den ganzen Tag, das klingt jetzt wirklich traurig, aber so war es, ich bin dann nach Hause und es war eigentlich Top-Wetter, es war ja auch 6 Uhr oder so und meine Freundin ist auf so eine Gartenparty nach Potsdam, meinst du willst mitkommen, meine ich, danke. Zwei andere Kumpels haben irgendwie draußen was gemacht, ich habe alles abgesagt und habe einfach gesagt, ey, sorry, ich mache heute nichts mehr, habe um 10 nach 11 meine Zähne geputzt und lag um 20.11 im Bett und habe geschlafen. Oh krass. Ich hatte keinen Bock auf gar nichts mehr, ich war so genervt und vor allen Dingen, da kam auch so viel hoch, Marc, ich weiß noch, wo wir uns, nach diesem Bielefeld-Spiel haben wir uns ja noch da oben im Gästeblock getroffen, wo man auch noch so dachte, boah ey, wie ist denn das jetzt gelaufen und hm, jetzt haben wir noch meins, das kann schon alles werden und da habe ich dann die ganze Zeit so rekapituliert, so Alter, was ist eigentlich, was war mit diesen letzten drei Wochen eigentlich jetzt los und habe wirklich auch noch so ein Frustbier getrunken, so auf dem Balkon, habe ich mir aufgemacht, habe ich mir reingestellt und dann habe ich gesagt, okay, heute ist eh gelaufen, ich gehe jetzt pennen, kurz nach 11 am Samstag, pass. Das hätte meine Schwester mir nie verziehen, aber ich saß dann erstmal noch so ein bisschen da auf dieser Couch draußen und die waren auch alle echt sensibel bei mir in der Familie, da ist erstmal keiner gekommen, erstmal so eine Viertelstunde und dann kam irgendwann mein Vater mit einem Bier und meinte so, ey, machen wir halt Relegation. Wie hast du es erlebt, Max? Sorry, Marc. Na, ich war ja wie gesagt mit einer relativ großen Gruppe, da sind erstmal diverse Mützen geflogen, da wurde natürlich schon geflucht, es war dann auch ganz gut, quasi in einem Umfeld zu sein, wo man erstmal so ein bisschen gemeinsam leiden kann und sich so selbst bestätigen kann, wie wir es alle vorher wussten und dann, das ist der Vorteil von einem kleinen Kind, ich bin halt nach Hause und habe mich mit meinem Sohn beschäftigt, der die Sache noch nicht so richtig kapiert und das war dann ganz wholesome, wie es glaube ich neudeutsch heißt. So, Marc, bist du noch da? Ich bin noch da. Sehr gut, okay, weil hier ist gerade der Rechner, also der Browser abgestürzt und ich dachte, fuck. Ach, das war es, das war es, okay, weil es hat gerade ein bisschen gekrisselt, genau. Ähm, ja, ich bin ja oft in der traurigen Position, hier einfach alleine im Kreisfeld zu sitzen und mir diese Spiele reinzuziehen, das hat immer auch ein bisschen, da fehlt auch immer ein bisschen was, habe ich das Gefühl, aber, ja, ich hatte das über Marcel in der Hertha-Base-Gruppe mitbekommen, der irgendwie nur schrieb Tor aus. Oh, genau, das wollte ich eigentlich noch vorlesen, das war wirklich so, das kannst du irgendwo einrahmen. Das war wirklich, das, 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 und das Interessante war auch, bevor ich zu mir selber komme, normalerweise nach dem Spiel wird immer noch geschrieben in den ganzen Gruppen und man hat ja auch so seine Leute, mit denen man irgendwie, also, ne, nicht unbedingt Gruppe, aber irgendjemand, der auch härter fände, es ist halt nie, mein WhatsApp war noch nie so still nach einem Hertha-Spiel. Wirklich, das war richtig krass. Ähm. Stimmt, ja. So war mir auch so. Ich, ich, diese, diese Lehre war, also, ohrenbetäubend, ich, 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 ich war mit mir allein und es war trotzdem beängstigend still, so, weißt du, so, und das ist, ja. Ich möchte das einmal ganz kurz vorlesen, damit die Leute da, also, Marcel, ihr kennt ihn, er war auch schon mal hier im Podcast zu Gast, ist sonst, tritt uns nicht so viel in Erscheinung, aber macht viel im Hintergrund bei Hertha-Base, er schreibt einfach nur um 17.16 Uhr, Junge, ich brech ab, Köln macht Druck, ist das alles geisteskrank, vier Minuten in Köln, Junge, Junge, Tor, aus. Und das Nächste, was in dieser Gruppe passiert, ist dann wieder Luis Richter, der einen Screenshot von dem Ding in Mainz. In Bielefeld, von der Torchance in Bielefeld. Genau, von Erd postet, ey, da dachte ich auch so. Kann er auch nicht lassen. Kann er auch nicht lassen, der Richter. Nee, aber ich, ich, ich war, ich saß extrem apathisch vor meinem Bildschirm für 20 Minuten oder so. Äh, hab mit diese, das ist so eine, also eine strafende, eklige Diskrepanz gewesen, diese Gefühlswelten, die in Dortmund aufeinandergeprallt sind, weil ich sitz hier und weiß, dass mein Verein in die Regulation kommt und diese sehr wahrscheinlich verlieren wird. Und gleichzeitig guck ich mir Bilder an, wie Michael Zock da weint auf dem Feldschirm, oder irgendeine Rede in die schwarz-gelbe Wand brüllt und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, ich, ich, ich krieg das mit, aber eigentlich auch nicht. Und, ähm, ey, bei mir. Ja, ich musste ja im Anschluss, musste ich ja noch meinen RWB-Artikel schreiben, das hab ich dann irgendwie noch, also relativ gut hinbekommen, glaube ich. Äh, dem hat man jetzt nicht angemerkt, glaube ich, dass ich da eigentlich alles gegen, alles gegen die Wand werfen wollte. Hast du noch gut hingekriegt. Ähm, ja, keine Ahnung. Und ich hab dann tatsächlich, äh, wenn Luis auch von seiner weiteren Abendgestaltung erzählt hat, ich, äh, ich liebe den ESCR, bin ja bekennender ESC-Fan. Stimmt, das war mir auch. Das war ohnehin geplant und das hätte ich jetzt auch nicht mehr abgesagt oder so und das kam mir fast gelegen, weil dann hattest du wieder sozialen Umgang. Ist eine andere Bubble. Das ist auch. Das sowieso. Die haben keine Probleme beim ESCR, das ist ganz anders. Ähm, nee, und, äh, dementsprechend konnte ich mich darüber dann ganz gut ablenken, aber, äh, die, die ersten, weiß ich nicht ein, zwei Stunden nach dem Spiel, die waren, die waren schlimm, die waren richtig schlimm. Das hat einen richtig aufgefressen. Was ich halt noch bei mir beobachtet hab, für mich war zum ersten Mal am Samstag der Punkt erreicht, wo ich richtig gemerkt habe, ich kann auch mit dem, was bei Twitter zum Beispiel anhäme und so kommt, nicht mehr so gut umgehen. Also, wo ich dann so richtig gemerkt hab, ich war halt auch, wir hatten den ganzen Tag uns eben getroffen, ich hatte auch ein paar Bier getrunken und ich war so kurz, aber ich hatte schon so drei, vier Mal in irgendwelchen Kommentaren so echt Sachen geschrieben, wo ich im Nachhinein sehr froh bin, dass ich es nicht gemacht hab, weil ich nicht genau weiß, ob ich dann jetzt hier beruflich noch groß, äh, irgendwie haltbar gewesen wär, weil ich echt irgendwie, das Fass war so ein bisschen übergelaufen, wo ich dachte, Alter, ey, es reicht mir jetzt. Mir reicht's jetzt. Und, ähm, das hatte ich so echt noch nicht. Ja, ich muss auch sagen, ähm, schöne Grüße an meine Großmutter und an meinen Bruder da an der Stelle, die haben dann auch so zwei, drei Sprüche rausgehauen, äh, also wo ich dann auf dem Weg nach draußen war, wo ich kurz davor war zu sagen, ey, ihr habt einfach keine Ahnung, ich wollte da jetzt aber auch keinen Familienstreit. Du wolltest jetzt nicht deiner Oma auf die Schnauze hauen. So. Meine Oma ist eh die Beste, aber nee, aber das da auch, wo ich auch so dachte, die machen das jetzt aus Unsicherheit so, aber da ging's mir ähnlich, dass ich gesagt hab, boah. Was mich am meisten auch so genervt hat, äh, bei Twitter vielleicht war das auch was, was dich genervt hat, da kommen dann immer so ganz viele Leute und, ja, wie soll ich das sagen und wollen nochmal so, so, so bekräftigen, ja, ist doch aber auch schon verdient, oder? Ist doch auch schon verdient. Und ich denk mir, ey. Wem erzählst du das? Wir schauen jedes einzelne Spiel, wir beschäftigen uns mehr damit, als es vielleicht manchmal sein müsste. Ich weiß, dass es verdient ist. Was willst du mir jetzt gerade erzählen? Ich weiß, wie diese letzten zweieinhalb Jahre liefen, aber ja, oh Mann, ich hab auch, ähm, der kleine, oder ein Kumpel, der kleine Bruder von einem Kumpel, der ist, äh, das hat mich auch so aggressiv gemacht, weil das war das Einzige, was sonst noch bei WhatsApp los war, der ist quasi Fan von nix so wirklich, so ein bisschen BVB, mal Union, mal Barca. Aber sehr sympath, ey. Aber absolut gegen Hertha. Und wenn dann so jemand in so einem Moment kommt und die fünf Nachrichten rein, ich hab ihm dann auch irgendwann geschrieben, ey, ich weiß gerade wirklich nicht, was du jetzt erreichen möchtest, ich weiß gerade nicht, was möchtest du gerade von mir? Ich sehe doch auch, was passiert ist. Irgendwann bei jemandem wie dir, Mann, du bist doch auch nicht so, dass du andere Leute provozierst im Falle eines Erfolgs, den es ja nicht gibt. Du bist einer der ausgeglichensten Menschen, die ich kenne, weißt du so. Und dann kommt der und schreibt die ganze Zeit, ah, Hertha, ich hör ja gar nichts von die WhatsApp-Gruppe, wo ich mir denke, was möchtest du? Das war, das war bei der ersten Niederlage gegen Union auch so. Da haben dann sich irgendwelche Leute bei mir gemeldet, die nix mit Fußball am Hut haben und dann schreiben die mir auf einmal WhatsApp, wo ich dann auch noch geantwortet hab, hä, was ist denn jetzt los? Toxisch. Ja, es ist auch, also, ich vereine, ich, aufgrund meiner Reichweite, das war eigentlich jetzt wirklich, also, ist einfach ja so, dass dann auch Leute sich genötigt fühlen, dann auch bei mir irgendwie was zu schreiben und wenn ich dann ganz nüchtern einfach nur aus so einer Journalismus-Sorgheitspflicht irgendwas dann auch vielleicht dazu schreibe, kommen auch so Leute, die dann an mit Big Shitty Club, wo ich mir denke, ja, Bruder, du bist auf jeden Fall der Erste, der diesen Witz reißt. So, also, es ist wirklich, es ist so Panne, es ist wirklich so Panne, ähm, aber gut, da sieht man nochmal, was für dysfunktionale Mechanismen dann oft, äh, in solchen Social-Media-Plattformen dann irgendwie dann drin sind, aber es ist, ähm, ich muss als, also, ich hatte heute auch schon, äh, eine andere Podcast-Aufnahme, äh, Ballon, wo wir auch generell über die Saison geredet haben und auch über so Momente und da musste ich halt auch sagen, rein objektiv, rein objektiv war das natürlich eine unglaubliche Konferenz, ne, also, für einen neutralen Zuschauer diese, diese, diese Dramatik in den letzten Minuten und ich hab irgendwie dann mir auch die Highlights angeguckt aus dem Stuttgart-Spiel und hatte dann auch so zwei Gefühlslagen, weil ich auf der einen Seite so ein emotionales Sodbrennen hatte und auf der anderen Seite war das so, wie müssen die sich gerade fühlen, also, was da, also, was ist so brutal, ähm, und, weiß ich nicht, es ist immer, es ist einfach härter als die Geschichte des Leidens, härter als die Geschichte des Scheiterns, immer wenn man zupacken kann, greift man daneben, äh, jetzt auch, wie gesagt, drei Matchbälle liegen lassen, äh, jeweils in den letzten zehn Minuten einer Partie, es ist eigentlich nicht in Worte zu fassen, dieser Verein ist unfassbar, es ist unfassbar, es ist auch, es ist auch einfach eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, natürlich sind wir alle so pessimistisch, weil, weil man ja immer wieder auf den Deckel bekommt, weil ja Hoffnung zu haben, bei diesem Verein konsequent bestraft wird, aber dann, das, ja, wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man sich so wehtut und das Knie tut weh und dann liegt man so rum und muss immer wieder austesten, tut's noch weh und, äh, hebt's wieder so an und dann merkt man jedes Mal so, ja, es ist gerade fünf Minuten her, natürlich tut's noch weh und so ist es, man guckt sich's halt wieder an und ja, es tut natürlich noch weh, ist immer noch scheiße. Ja, also, du warst jetzt ja auch schon ein bisschen im, äh, im Fazit so der regulären Saison, ne, also wir haben's jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, äh, in den letzten letzten Stunden, es ist halt, äh, weil viele Leute dann auch irgendwie geschrieben haben, ja, das war's oder die Situation oder der Wechsel, wenn der nicht passiert wäre, aber es ist so eine Summe von kleinen Dingen und dann natürlich auch noch irgendwie die, das ganze Missmanagement, was passiert ist, ja, was dazu geführt hat letztendlich, also ich hab mir jetzt mal angeguckt, ne, äh, die Hinrundentabelle, die sieht ja geil aus, wir sind Elfter, so, und dann entlässt du, dann entlässt du Pardadei, oder war das nicht so? Ne, wurde vor der Hinrunde noch entlassen, da sind schon sechs Punkte oder sowas von Korkut mit drin, aber, äh, zum Beispiel Dortmund. Ah ja, richtig, Dortmund ist so ein Heimsieg. Genau, und ein Bielefeld-Heimsieg und ein Punkt in Stuttgart, ähm, aber... Aber ist doch crazy. Naja, das Hauptproblem, ich würde schon ein Hauptproblem in dieser Saison ausmachen, ich bin auch völlig dabei, dass ich sage, es ist auf allen Ebenen total verschissen worden, auf allen Ebenen, Kader schlecht, Mannschaft, äh, hat auch nicht abgeliefert, Trainerentscheidungen waren mies, alles außenrum ist im Arsch, aber... Bobic hat halt, und diesen Vorwurf mache ich ihm immer wieder und immer wieder gerne, der hat drei, vier Spiele zu lange an Korkut festgehalten. Ja, definitiv. Und die Spiele, wo wir da, wenn wir da hätten, wir zum Beispiel zu Hause Frankfurt, äh, auswärts führt, sorry, wir haben auswärts in Fürth verloren. Ähm, das wäre jetzt der eine Punkt. Da hat sogar Union verloren. Da hat sogar Union verloren, aber da ist A, wäre die Chance gewesen, zumindest diesen einen scheiß Punkt zu holen und B, am Ende sind wir auch wegen des Torverhältnisses jetzt auf Platz 16, ne? Wir haben halt einfach 16 Tore schlechter als Stuttgart und das ist unter anderem passiert, weil wir, weil sich eine mausetote Mannschaft nicht nur von Leipzig, sondern auch noch von Frankfurt hat abschießen lassen, so. Wir haben auch übrigens in Mainz 4-0 verloren, da kam auch nochmal eine schöne Minus-4 rein, also, ja. Ja, das hätte auch noch höher ausfallen können. Also, für mich ist das wirklich, wir werden ja auch noch einen Saisonrückblicks-Podcast machen, für mich ist wirklich nach wie vor die größte Fehlentscheidung überhaupt, halt Pal Dardai zu diesem Zeitpunkt gehen zu lassen, du, der Mann, der in der letzten Saison eindeutig bewiesen hat und ja auch in den Jahren zuvor, in denen er da war, eine Mannschaft zumindest in der Klasse halten zu können, ein anderes Ziel konnte es in dieser Saison ja auch gar nicht geben, wie ich finde, der, mit dem die Transferpolitik überhaupt nicht abgesprochen war, weil Bobic ja gar keinen Bock auf Pal Dardai hatte und ja eigentlich eh einen gerne an anderen Trainer gehabt hätte, das heißt, da wurde ihm ein Kader hingestellt, mit dem hat er jetzt, da hatte Pal Dardai überhaupt kein Sagen, ist immer schon ein Problem, glaube ich, wenn da das nicht in Hand in Hand geht, muss auch nicht immer zu 100 Prozent sein, aber zumindest irgendwie, diese Transfers kamen auch sehr spät zustande, Pal Dardai hat eine Vorbereitung mit einer gesamten, also ganz anderen Mannschaft gemacht und wird zu einer Zeit entlassen, wo die Spiele gegen Leverkusen und Augsburg vielleicht jetzt auch nicht die besten überhaupt waren, aber wo man ja auch erst spät den Ausgleich kassiert hat, diese Spiele hätte man auch durchaus gewinnen können, das dann irgendwie noch mit diesem Derby verargumentiert, was davor war, was sicherlich blutleer gewesen ist, aber die Derbys danach haben gezeigt, besser wurde es jetzt auch nicht, da war das noch das knappeste. Ja, das war das beste Derby dieser Saison leider. Ja, es ist zu einem Zeitpunkt, wo Hertha halt, also wo diese Mannschaft ja offensichtlich auch noch Zeit gebraucht hat, um zusammenzuwachsen, weil ein paar Wochen, ja, waren sie auch erst zusammen. Ähm, und dann diesen, 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 dieses Scheinargument vorzubringen mit, ja, da hätte Pal Dardai schon, der Pal wusste, da hätte er eigentlich fliegen müssen, nachdem er sich nach den Bayern-Spielen da so hingestellt hat, also diese, diese ersten, diese erste, dieses erste Anschein von Schwäche zu nutzen, um dann öffentlich eine Erklärung dafür zu haben, warum man ihn gehen lassen kann, um dann, um dann als Antwort zu bringen, ein Teil von Korkut. Ja, aber. Das, 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 das ist so krass. Ja, lass uns genau, lass uns das im Saisonrückblick nochmal ein bisschen genauer ausführen, äh, aber klar, also geh ich alles, geh ich alles komplett mit. Es ist einfach, es ist einfach diese Erfassungslosigkeit und ich wollte damit auch nochmal ausdrücken, was du eben gemeint hast, um den Bogen zu sparen, es ist nicht die eine Auswechslung gewesen oder so, es ist einfach ein Sammelsorium an Altlasten gewesen, was einen Verein irgendwann erdrückt, das war bei, beim HSV so, das war bei Schalke so Hannover von mir aus oder so und das ist auch bei Hertha so, irgendwann bricht man unter diesen Fehlentscheidungen. Aber es sind ja eben nicht nur die Altlasten, wenn ich das noch kurz, um es abzubinden, ganz viele Altlasten, aber das, was seit diesem Sommer neu dazukam, war halt auch alles Mist. Das ist eine perfekte Symbiose. Gibt es das Gegenteil von Symbiose, was ist das? Eine schlechte Symbiose? Das ist bestimmt das Gegenteil. Doppelparasit. Ja, genau. Sehr gut. Der Doppelparasit. Ähm, lass uns mal, äh, ist eine Antibiose. Ah, ah ja, er hat schnell gegoogelt. Ägypten. 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 Ägypten sitzt gerade schon wieder mit rotem Kopf vor seinem Walkman und, ähm, naja, ähm, gut, lass uns mal ein bisschen auf die Relegation gucken. Also ich wollte nochmal zwei, drei Worte sagen. Und zwar war ich gestern auf diesem, ähm, auf diesem Treffen, da, dass die Ultras, die Hallekinds, ähm, veranstaltet haben im Fanprojekt, ähm, war ich da zu Gast. Die hatten ja so ein bisschen, äh, so eine Podiumsrunde, äh, organisiert, wo es waren auch echt viele Leute da. Also, ihr kennt das Fanprojekt wahrscheinlich schon, ne? Ja, also der ganze Raum war eigentlich voll. Also saßen viele, hinten standen dann auch noch einige. Also es war echt gut besucht, ähm, haben halt so ein bisschen über ihre Gruppe erzählt, wie es alles entstanden ist und so. Und das war auch alles mal ganz spannend, weil ich viele Sachen auch wirklich noch nicht kannte. Ähm, wirklich auch jetzt, ohne da zu groß drauf einzugehen zu wollen, einfach rundherum eine, eine schöne, nette Veranstaltung. Alle super freundlich, waren auch alle so super nahbar. Also kam auch an. Ich meine, die sehen mich jetzt nicht ständig, ne? Aber komm direkt mit Handschlag und hi und mal ein bisschen kurz quatschen und so. Äh, also das war wirklich, wirklich schön. Äh, und dann gab's da noch zweite Liga, äh, zweite Halbzeit. So. Und, ähm, Max, wen hättest du denn eigentlich lieber gehabt? Darmstadt oder Hamburg? Also aus sportlich? Safe Darmstadt, Mann. Okay. Das war auch meine Reaktion nach dem Spiel. Das einzige, was ich noch fußballmäßig dann gelabert hab, war die ganze Zeit, wir müssen beten, dass es Darmstadt wird. Ich hab jetzt was gelesen. Darmstadt würde uns spielerisch nicht so gut liegen, weil die auch nur mauern. Ist mir aber egal. Hamburg hat eine andere Wucht. Mann, also keine Ahnung. Ich sehe die Sachen ja immer eher in so Geschichten. Und, also weißt du, ich bin jetzt ja auch nicht der Riesenexperte. Ich hab auch nicht viel zweite Liga geguckt. Ich hab den HSV einmal gegen Freiburg im Pokal live 90 Minuten gesehen. Da würde ich auch sagen, okay, das liegt vielleicht magert Fußball mehr, weil die versuchen zu spielen. Und da kann man sich vielleicht eher durchmogeln, weil man hinten gut steht. Aber von den Geschichten her wäre, typischer Fall wäre gewesen, der große Erstligist hätte es verdient. Der Underdog aus der zweiten Liga kriegt es aber nicht gebacken. Und jetzt treffen zwei im Prinzip gleich große Vereine aufeinander. Und die perfekte Geschichte, das perfekte Ende für diese ganze Hertha-Misere wäre, wenn ausgerechnet in der Relegation der HSV Hertha runterbringt. Also besser geht's ja nicht. Ja, ja, mit Felix Magath als HSV-Unregen. Noch mit Felix Magath, ja. Der das auch vorausgesagt hat, beziehungsweise zwar noch nicht die Niederlage, aber den Relegationsgegner vorausgesagt hat, als das überhaupt nicht absehbar war, dass das so kommt. Und ich hab auch das Gefühl, die Geschichte wird eher sein, dass Hertha da so ein bisschen von seiner Zukunft geschlagen wird. Also von einem Verein, der auch diese Chaosjahre hatte, runter musste, sich neu sortieren musste, echt einige Jahre neu sortieren musste. Ich glaub vier Jahre sind es jetzt in der zweiten Liga. Um dann wieder hochzukommen. Das blüht ja Hertha mehr oder weniger auch, sollten sie runtergehen. Ich glaub auch, dass das die Geschichte sein könnte gegen Darmstadt. Ja, also wenn man sich mal anguckt, gegen wen hat denn Felix Magath brilliert? Also klar, du hattest dieses erste Spiel gegen Hoffenheim, da hat man diesen spielerisch stärkeren Gegner irgendwie niedergekämpft. Das ist schon so. Ansonsten muss man aber sagen, dass man gegen die spielerisch stärkeren Mannschaften sehr unterlegen war. Das war gegen Leverkusen so, gegen Union, gegen Mainz und jetzt auch gegen Dortmund. Sicherlich andere Kaliber als jetzt ein Zweitligist HSV. Aber dass der HSV den besten Fußball der Zweitliga spielt und mit Ballbesitz ja sogar umzugehen weiß, weil sie das gerne tun, das ist jetzt, glaub ich, nicht das, was Hertha will. Auf der anderen Seite ist vielleicht der HSV dann auch ein Gegner, der sehr leicht entnervt werden kann von kämpferischen Mannschaften. Aber in den letzten Spielen haben sie sich von sowas ja auch nicht umwerfen lassen. Also es wäre ja auch typisch HSV gewesen, als es dann 0 zu 1 gegen Rostock stand, das Ding nicht mehr zu drehen und das dann last minute dann doch zu verschenken, in die Relegation einzuziehen. Aber sie sind deutlich standfester. Sie kommen jetzt mit fünf Siegen in Folge, glaube ich, an Rückenwind in diese Relegation. Aber die haben auch schon mal einiges verspielt in der Saison. Also so konstant ist der Hamburger SV auch nicht. Da erwarten natürlich jetzt auch alle den Aufstieg und es ist auch ein Druck am Ende. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob alle den Aufstieg erwarten. Ich habe eher das Gefühl, dass, weil die Saison so lief, wie sie lief und weil es zwischenzeitlich überhaupt nicht mehr absehbar war, dass sie da reinrücken, ist das jetzt einfach nur noch ein Geschenk. Es ist einfach nur noch positiv konnotiert, dass man überhaupt noch mal die Chance bekommt, aufzusteigen. Ich glaube auch. Also das ist eher die Geschichte. Und ich glaube tatsächlich, Hertha muss das im Heimspiel entscheiden. In Hamburg wird das nichts. Weil du nicht da bist, Marc. So. Weil ich nicht da bin. Transparenzmäßig. Das ist der Butterfly-Effekt. Wäre ich da, würde und so. Er ist so nie nach Greifswald gezogen. Ja, dann wäre das alles nie passiert. Dann wäre das so. Jetzt, jetzt, jetzt. So, Titel der Folge, wäre Marc nicht nach Greifswald gezogen. Find ich gut. Nee, Luis, ich hole dich nochmal kurz rein. Also wir haben ja schon festgestellt, Asuka Siba wird fehlen. Lotka wird fehlen. Jovetic kehrt aber zurück wahrscheinlich, vielleicht sogar in die Startelf. Vielleicht, wenn der Körper mitmacht. Und Magath hat ja auch schon zugegeben, dass er sehr viele Spiele gesehen hat vom HSV. Könnte das nicht auch ein Vorteil sein? Ach, naja. Ich meine, der HSV wird wiederum auch sehr viele Spiele von Hertha BSC gesehen haben. Also ich glaube, das ist ja, dass die sich alle kennen, glaube ich, ist ja klar. Irgendwie, dass die ohne Ende Videomaterial von sich haben auch. Ich bin halt wirklich, worauf ich wirklich gespannt bin, ist, der HSV ist ja wirklich eine Mannschaft, die spielen will und Hertha gar nicht eigentlich in den letzten Wochen. Ich will auch nicht, dass die in den letzten Jahren. Ich glaube, das könnte wirklich jetzt schon am Donnerstag fast so aussehen, also dass Hertha wirklich eher kontern wird, auch im eigenen Stadion. Dass Hertha wie ein Underdog auftritt und nicht wie der Bundesligist, der deutlich mehr Qualität im Kader haben sollte. Das glaube ich wirklich, dass das irgendwie ein komisches Spiel wird für neutrale Zuschauer beziehungsweise ein Spiel wird, wo man schnell sagen wird, ja gut, das ist ja eine Frage der Zeit, bis der HSV hier zwei Dinger macht. Kann für Hertha hilfreich sein? Weil so hat man auch seine Spiele gewonnen, muss man ehrlich sagen, wenn Plattenhard einen guten Standard schießt oder man mal ein Konter setzt? Weil woher soll es jetzt kommen, dass Hertha da fußballerisch plötzlich mitspielt? Na, Magand hat eine Taktik, oder? Ja, das ist aber auch ein Problem. Also du hast ja vorhin schon bemerkt, du hast halt keinen Plan B. Was passiert, wenn die jetzt am Donnerstag 1-0 zurückliegen? Ja, dann gibt es halt ein Problem. Dann ist dann wiederum die Frage, kann der HSV auch sich einfach hinten reinstellen und abwarten oder machen die dann halt weiter? Aber das wiederum Positivo muss man ja auch sagen, dieser Plan hat irgendwo, zumindest so halb schon überall funktioniert, insofern als dass man ja auch in Dortmund oder in Leverkusen zumindest knapp verloren hat. Also naja, das ist jetzt ernst gemeint so, das große Problem war das Mainz-Spiel, weil sie da es nicht geschafft haben, den Gegner, der fußballerisch jetzt nicht so überlegen ist, dass man sich hinten reinstellen muss, dass sie halt den nicht zu Hause geschlagen haben. Aber jetzt geht es schon wieder zu weit nach hinten. Was ich aber auch dachte, ist, der Vorteil könnte auch bei der Mannschaft, also bei Hertha jetzt, bei dem Team sein, dass wenn wir Hamburg kriegen, die die Sache vielleicht auch nochmal einen Ticken ernster nehmen als bei Darmstadt. Also weil Felix Magath auch davon gesprochen hat, ey, die brauchen anscheinend Druck und die müssen irgendwie wissen, worum es geht. Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht bei Darmstadt auch ein bisschen die zwei Prozent weniger hätten als jetzt beim Hamburger SV. Also lässt sich nur spekulieren. Was ich auf jeden Fall glaube, ist, also diese Relegation, finde ich, hat so auf beiden Seiten also die krasseste Fallhöhe, die ich in der Relegation wahrscheinlich je erlebt habe, ehrlich gesagt. Also für Hertha wäre es ja der Super-GAU und für den HSV wäre es halt auch einfach bitter, nachdem du drei, vier Jahre in Folge Vierter wirst. Was mich halt wiederum, ja, echt nervt, wenn ich jetzt schon wieder auf Donnerstag gucke, aber das ist ja auch nochmal ein anderer Themenkomplex. Also wir haben zwar ein Heimspiel, aber ey, mal gucken. Also so wie jetzt der Ticketverkauf lief, sieht so aus, als ob das 30.000, 35.000 Menschen da aus Hamburg kommen. Das glaube ich zwar nicht, dass es so viele am Ende werden, aber es werden auf jeden Fall deutlich mehr sein, als man für ein Relegationsheimspiel in Berlin haben möchte. Also man trifft da jetzt auch nicht auf, genau, nicht auf einen Zweitligisten wie Heidenheim, sondern halt auf einen der größten Clubs in Deutschland. So, und das wird krass, glaube ich. Das wird wirklich, wirklich krass. Ja, wir können, wir können. Und deswegen glaube ich auch besonders, dass der, Hamburg kann ein Hexenkessel sein. Deswegen glaube ich, dass Hertha im Rückspiel deutlich mehr Probleme bekommen wird, da irgendwie klarzukommen. Und dementsprechend ist dieses Heimspiel jetzt schon. Und das ist halt das Problem, finde ich. Und da braucht man auch dann gar nicht so wahnsinnig viel über Taktik, da bin ich so ein bisschen Basler-Effenberg. Ey, man braucht nicht so wahnsinnig viel über Taktik und Spielsysteme reden. Im Endeffekt kommt es auch in diesen zwei Spielen drauf an, zeigen sie ihnen ein Gesicht wie gegen Hoffenheim, wo du von der ersten Sekunde gemerkt hast, da stehen jetzt elf Leute auf dem Platz, die genau wissen, was wollen wir machen und wie machen wir das? Indem wir nämlich jeden Zweikampf so annehmen, als wäre es der letzte, auch wenn das sehr platt klingt. Aber das war von der ersten Sekunde das Gefühl, was vermittelt wurde. Das war von der ersten Sekunde gegen Stuttgart das, was vermittelt wurde. Und die beiden Spiele haben sie relativ souverän gewonnen. Punkt. Ja, das ist ja auch etwas, was Magath immer sagt. Und wenn sie das zweimal in Folge auf die Kette kriegen, dann schlagen sie auch Hamburg. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie es A zweimal am Stück auf die Kette kriegen, ist bei dem, was man von Hertha kennt, sehr, sehr klein. Und dass sie das eben mit einem vollen Hamburger Stadion schaffen, der Glaube fehlt mir halt auch. Ja, aber lass uns doch noch mal kurz bei dieser Ticketing-Geschichte einsteigen, Luis. Es gab ja von der Twitter-Userin, wie heißt sie noch gleich? Ich hab sie auch auf dem, Rebecca. Genau. At Fantasy-Lauferin, genau. Gab's so eine kleine Chronik. Weiß nicht, möchtest du die mal rezitieren? Ja, gerne. Ich hab sie, also, ja doch, nee, da steht ja alles drin, genau. Sie hat geschrieben, eine Chronik des Wahnsinns. Und wie gesagt, es geht um die Tickets für das Spiel am Donnerstag, Hertha gegen den HSV. Also Samstagabend circa 18.30, sprich eine Stunde nach Abpfiff in Dortmund, wo übrigens, das steht hier nicht drin, aber das kann man jetzt schon dazu sagen, auch noch 5.000 Herthaner irgendwo in Dortmund waren und gar nicht mitbekommen haben, dass diese Tickets in Verkauf gehen. Also Hertha beginnt den Ticketverkauf ohne Vorwarnung noch im Chaos der Last-Minute-Relegation. Alle müssen zahlen, niemand hat Plätze reserviert, ist in Random-Blocke gesperrt. Samstagabend circa 20 Uhr. Nach einem Shitstorm verkündet Hertha auf seinem offiziellen Twitter-Account das Inhaber von Dauerkarten für diese Saison und diesem Fünf-Spiele-Ticket mit ihren Saisontickets ins Stadion kommen. Also was bedeuten würde, ihr kommt mit der Dauerkarte und kommt rein auf eure Plätze. So habe ich es verstanden. Ich nehme meine Dauerkarte, wie immer, zu dem Zeitpunkt, ich habe keine Dauerkarte, zu dem Zeitpunkt hatte ich schon eine Karte für die Ostkurve gekauft. Ich auch. Es waren nur noch ein paar Punkte, also wirklich, ich sage mal, wenn es hochkommt, 15 oder so vielleicht. Genau und viele andere, wie wahrscheinlich ich auch, haben davor schon, obwohl sie eine Dauerkarte haben, sich eine Karte gekauft, weil es ja hieß, ihr braucht eine. Aber dann ging es ja weiter. Samstagabend circa 22 Uhr. Hertha verschickt eine Mail mit einem Code für ein Freiticket an alle Dauerkarteninhaber. Was dabei unerwähnt bleibt, ist, dass der Dauerkarteninhaber diesen Code für sich selber nutzen soll und den nicht, wie an den letzten Spieltagen, zusätzlich zu der Dauerkarte erhält. Sonntag. Die Lage hatte sich beruhigt. Die Dauerkarteninhaber waren froh, dass sie mit ihrer Karte rein konnten. Mitglieder nutzten den Vorverkauf und so wie an den letzten Spieltagen wurden die Codes für Freikarten genutzt, um möglichst viele blau-weißen Stadion zu holen. Herthane halten zusammen. Montag Mittag. Hertha haut mehr oder weniger mit Ende der Vorverkaufszeit raus, dass die Dauerkarte nicht zum Eintritt ins Stadion berechtigt, sondern Dauerkarteninhaber den Code nutzen müssen, um sich ein Extra-Ticket zu holen, quasi als Ersatz für deine Dauerkarte. Dies zuerst auch nur über Social Media, weil wir da ja alle ständig auch auf der Arbeit vorsitzen. Knapp zwei Stunden später kommt die Information per Mail. Was jetzt Zertaner machen, die ihre Codes bereits weitergegeben haben? Keine Ahnung. Zahlen vermutlich, schreibt sie. Dauerkarteninhaber, die bereits ein Ticket gekauft haben, wird immerhin der tolle Tipp gegeben, dass sie dieses Jahr weitergeben können und sich ein neues holen. Also ich hoffe, es war jetzt verständlich. Vielleicht war es auch nicht verständlich, was da passiert ist, weil es ja schon an Intransparenz kaum zu überbieten ist. Also was halt passiert ist, ist, du hast den Leuten, die da seit Jahren wahrscheinlich auf einem Platz sitzen, seit Jahren für diesen Rumpelfußball Geld zahlen. Du hast denen einfach deren Sitzplatz genommen und wie das normalerweise läuft, ist, es gibt eine Frist, da wird gesagt, in der Zeit können die Dauerkarteninhaberinnen, die können sich da ihren Platz sichern und wenn sie es nicht tun, wird der halt freigegeben nach einer bestimmten Zeit. So läuft es normalerweise. Was aber passiert ist, Hertha hat einfach alles in den freien Verkauf gegeben, also frei nicht für Mitglieder, die konnten aber mehrere Tickets kaufen. Ja und zum Beispiel ich, ja, ich check jetzt auch nicht alle 20 Minuten meine komische Spam-Mail-Adresse, wo zum Beispiel meine ganzen Nutzerkonten für so Sachen da sind. Ich habe es alles ehrlich gesagt ziemlich in Ruhe angegangen, weil ich auch dachte, ey, ich bin Mitglied, ich bin Dauerkarteninhaber, ich hole mir irgendwann in den nächsten Tagen halt ein Ticket, weil mein Ticket wird schon irgendwie reserviert sein und ich bin jetzt halt auch in der Situation, ich habe jetzt zwar noch ein Ticket bekommen, aber im Oberring irgendwo einzeln, weißt du, ich gehe immer mit den gleichen 10, 12 Leuten, nicht immer in der gleichen Besetzung, aber so aus dem Pool sind wir immer zusammen da, da hat jetzt jeder irgendwo halt ein Ticket und du denkst so, Alter, wie will man denn auch so wieder eine Stimmung erzeugen, die auch nur halbwegs positiv an dieses Spiel halt rangeht? Das ist eine Katastrophe. Und halt vor allen Dingen, was ich halt vor allen Dingen krass fand, war halt dieser Punkt mit diesem Code, weil ich, also man ja als Dauerkarteninhaber wirklich, wenn man es genau gelesen hat, davon ausgehen konnte, ich nehme jetzt meine Dauerkarte und gehe einfach rein. Und dass das einfach einen Tag später erst klargestellt wird, um was es da eigentlich geht, das ist ja... Das ist eine kommunikative Katastrophe, weil ich habe es zu dir schon im Vorgespräch gesagt, da hätte man sich nur mal eine Stunde zusammensetzen müssen, vor dem ganzen Spieltag, wenn man gesagt hat, im Fall der Fälle machen wir das so, die und die Schritte, um die und die Uhrzeit, ist doch, also wie kompliziert kann das sein? Da hat sich einfach niemand Gedanken drüber gemacht. Also anders kann ich mir das nicht erklären, weil das ist ja einfach... Beziehungsweise Gedanken, aber halt die falschen. Es grenzt schon so ein bisschen an dieses Schalke bittet die Dauerkarteninhaber, ihre Finanzen offen zu legen, so letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, in der Pandemie, wo die Leute, die das Geld zurückhaben wollten, erstmal zeigen mussten, dass sie wirklich arm sind. Aber, ja, ich meine, der erste Mini-Shitstorm, den ich so mitbekommen habe, der ging ja eben vor allem darum, dass jetzt Leute, die eigentlich eine Dauerkarte haben, nochmal bezahlen müssen. Wo ich sage, ich finde es auch nicht cool, aber wenn das anders anmoderiert worden wäre, hätte man es, glaube ich, schon irgendwie hinkriegen können, indem man sagt, ey, pass auf, ist jetzt scheiße gelaufen, wir müssen nochmal ran, wir müssen uns nochmal dieses Stadion mieten, bei uns ist finanziell, trotz Winterostkohle, trotzdem, wir sind jetzt auch nicht auf Rosen gebettet, wir müssen bitte nochmal Karten verkaufen, aber alle Mitglieder haben bis Mittwoch die Chance, für die Hälfte des Preises reinzukommen, oder? Keine Ahnung. Oder ihren Platz zu sichern, oder sowas. Man hätte es kommunikativ irgendwie so hinkriegen können, dass zumindest dieser ganz große Aufschrei erstmal ausbleibt, aber nicht mal das ist gerade drin. Weil ich, also, ich glaube, was ja auch das ganz praktische Problem bei vielen Leuten war, die sich zum Beispiel, wo es dann hieß, ihr kommt mit eurer Dauerkarte rein, die haben sich dann eben kein Ticket für die Ostkurve gekauft, wo sie immer stehen, weil sie ja dachten, ich komme mit meiner Dauerkarte rein und am nächsten Tag checken sie, okay, komme ich nicht, dann gucke ich in die Tickets, in der Ostkurve gibt es ja gar nichts mehr. Nee, genau. Jetzt muss ich ja ganz woanders hin. Ja, ja, das ist ja genau mein Fall. Ja, genau. Das ist wirklich... Und das nimmt, also das hat, finde ich, diesem Tag die Krone aufgesetzt und es ist so ein Vibe-Killer auch einfach vor diesem Spiel am Donnerstag, finde ich. Vor allem, wenn dann jetzt schon wieder die Gerüchte rumgehen, dass eben sehr viele Hamburger über irgendwie, da muss man sich halt eine Härte-ID irgendwie erstellen, aber das ist in zwei Minuten gemacht, wenn überhaupt, ich weiß nicht mal, ob das unbedingt notwendig war. Man kann über Eventen, glaube ich, sogar ohne Konto quasi. Also, dass da jetzt auch schon sehr viele Plätze wahrscheinlich auch in zumindest Ostkurven Nähe halt an Auswärtsfans gehen, wo du dir halt auch denkst, man, dann wird es auch schon wieder peinlich halt. Ja, also deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr das jetzt hört und es noch Plätze gibt, kauft euch die. Zack. Ja. Das ist jetzt echt wichtig. Weil, ja, es kann wirklich ein enges Rennen werden. Ja, aber auch da muss man auch wieder sagen, da arbeitet der Verein wirklich einfach schlecht. So muss man es einfach sagen und es hört da nicht auf. Aber auch nur da. Genau, nur da. Nein, aber es ist auch wirklich auf allen Ebenen. Ich hatte jetzt auch irgendwie Hiccups mit dem Online-Shop, da geht auch alles durcheinander. Irgendwie kriegt man da Mails, ja, dauert jetzt eine Woche und dann kriegst du zwei Mails irgendwie doppelt und es ist wirklich, auf allen Ebenen läuft da wirklich richtig viel schief. Also wir hätten es wirklich verdient. Das muss ich auch nochmal sagen. Also unsere Ticketing-Abteilung absteigt so. Genau. Und ich kenne alleine immer noch viele Leute, die das, glaube ich, mit dieser Härte-ID bis heute irgendwie nicht ganz checken. Ich gehöre dazu. Wie oft ich mich schon mit 15 verschiedenen Nutzernamen da habe anmelden müssen. Das war ja die größte Krönung, haben wir damals auch schon im Podcast gesagt. Es war so, dass ich habe eine Outlook-Adresse. Genauso war es bei mir auch. Die Leute, die sich mit einer Outlook-Adresse registriert haben, die haben die Mail nicht bekommen. Aber nur mit Outlook, mit Google Mail ging es. Und ey, also es ist einfach unfassbar. Wirklich, also wirklich unfassbar. Gut, haben wir noch was zu besprechen? Habe ich jetzt irgendwas vergessen? Jetzt jeder einmal offenlegen, ob er Gegenbauer abwählt oder nicht. Ich nicht mehr. Mich haben die Leute überzeugt. Achso, doch. Natürlich. Ich mache es jetzt. Ach, keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht. Haben wir noch irgendwas, was jetzt wichtig wäre? Oder wie ist euer Gefühl jetzt für die Relegation? Also ich sage, ich habe es auch schon dann auf Twitter kurz geschrieben. Das ist immer so dumm, dieser Satz ist so doof. Aber wenn das klappt, also wenn wir die Klasse halten in der Relegation, dann sage ich, cool. Also mal gucken, ob es cool wird, weil du hast da wieder natürlich dann irgendwie was, also wo du was dir schönreden kannst am Ende. Aber wenn es nicht klappt, dann ist es auf, habe ich gerade gesagt, auf allen Ebenen verdient. Ja, aber da überwiegt bei mir schon die Furcht davor, richtig runterzurutschen. Furcht habe ich auch und Angst habe ich auch und ich wäre auch sauer. Aber ich sage, was soll ich, also was. Ja, aber mir fehlt der Glaube daran, dass es Hertha irgendwie, also allein, ich glaube auch nicht an dieses Gesundschrumpfen, das klappt nie, gerade bei größeren Vereinen, das klappt einfach nicht, weil der Anspruch, sofort wieder hochzugehen, der ist halt einfach da. Vor allen Dingen dann in der Liga, HSV, Schalke, Bremen sind weg. Genau. Dann in der Liga bist du direkt. Dann Hertha ist Instant Top-Favorit, so. Da wird es auch nicht funktionieren, dass man sagt, wir lassen jetzt die A-Jugend spielen und machen daraus ein Fünf-Jahres-Projekt, so. Und ich befürchte, je nachdem, was dann, das kann man ja auch jetzt nicht ohne die Mitgliederversammlung diskutieren oder ohne zu wissen, was mit Gegenbauer passiert, aber dann ist man ja fast noch abhängiger davon, dass ein Winterhaus sagt, ich schieße noch mal ein bisschen Kohle nach. Ja. Das will auch keiner. Und welche Kohle, ja. Nee, und das kann keiner wollen, ja. Genau, also ich muss auch sagen, das habe ich auch dich heute Morgen ja gefragt, so ein klein, ich habe so einen kleinen Teil in mir, der schon so ein bisschen Bock hätte auf Zweite Liga, aber auch aus völlig irrationalen Gründen. Komplett. Das ist überhaupt nicht auf Realismus gefußt, sondern einfach auf eine Hoffnung, die wahrscheinlich nie eintrifft. Aber die da wäre? Dass es irgendwie einfach besser wird. Dass es irgendwie einfach besser wird. Dass man einfach durch den positiven Vibe, den man in der Zweiten Liga auch damals hatte, diese zwei Jahre, dass die Leute wieder ins Stadion gehen, dass einfach alles wieder ein bisschen positiver wird, weil ich glaube, auch diese ganzen Geschichten hier mit der Kommunikation, wenn es eh schon sportlich komplett scheiße läuft, wenn du überall eigentlich in der Zeitung liest, wie dumm Hertha ist, da hast du auch als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter auch weniger Bock und dann passieren auch Fehler und das ist so ein Teufelskreis, der dann passiert. Klar, natürlich, das, was schief läuft, wird ja auch immer viel prominenter besprochen. Wir reden jetzt ja auch nicht über die 17 Mails, die völlig reibungslos ankamen. Ja, zum Beispiel meine Glückwünsche, dass ich mir ein Ticket gekauft habe. Da stand da, herzlichen Glückwunsch, sie haben mein Ticket gekauft. Ich so, ja, ich weiß nicht, ey. Nee, aber sonst ist mein Gefühl vor der Relegation, ehrlich gesagt, das ist, ich, ich habe kein gutes Gefühl. Ich glaube nicht, dass wir es packen, rein sportlich. Aber du bist auch in Hamburg am Start. Ja, ich werde alles geben, sobald die Auswärtstickets morgen oder Mittwoch im Verkauf gehen. Vielleicht auch schon heute Abend. Vielleicht sind sie längst raus. Vielleicht sind sie längst raus. Hat jemand mal geguckt? Ich werde es auf jeden Fall probieren, ja. Okay. Ja, ich bin, ich habe schon Bahn gebucht, habe schon meine Unterkunft klar gemacht und jetzt fehlt nur noch das Ticket, aber das kriegen wir irgendwie nicht. Marc, wie, was, was ist deine, deine Prognose? Du hörst mich Schultern zucken. Ich habe keine Ahnung mehr. Wirklich nicht. Also Hertha bringt einen aktuell wirklich ans Ende. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass die Mannschaft sich nochmal zusammenrauft und da so eine Leistung wie gegen Stuttgart oder Hoffenheim abliefert, kann auch sein, dass diese Mannschaft völlig erstarrt aufgrund des Drucks. Keine Ahnung. Ich bin wirklich, ich bin wirklich am Ende meines Lateins mit diesem Verein und mit dieser Mannschaft und mit all dem, was passiert ist und der Abstieg wäre so unglaublich verdient und ja, man tut es sich dann ja wieder an, ist ja vollkommen klar, aber aktuell herrscht da eigentlich nur Leere und tja, wird man sehen. Ich glaube, man kann es wirklich nur auf sich zukommen lassen. Es ist wirklich eine Kopfsache. Wenn Magath die Mannschaft irgendwie so eingestellt bekommt wie nach dem Derby, dann kann man den HSV niederringen, dann schlägt sich vielleicht auch eine gewisse individuelle Qualität heraus, dann ist vielleicht Boateng doch nochmal der Leader, wie er es in den ersten Spielen war, dann ist vielleicht ein Jovertage nochmal da, dann entwickelt das vielleicht nochmal eine positive Dynamik, aber ich halte es eher für wahrscheinlicher, dass diese Mannschaft relativ profillos durch diese zwei Spiele geht und dann Neuaufbau. Gut, ich werde es mir angucken. Ich werde da im Olympiastadern sein und werde versuchen, in dem Moment zumindest positiv gestimmt zu sein und das Ganze irgendwie zumindest versuchen, von den Rängen zu beeinflussen. Und dann gucken wir mal. Jawohl. Haui. Gut, dann machen wir hier Schluss, oder? Achso, Max, ach, das habe ich dir gar nicht gesagt. Wir haben ja unsere berühmt-berüchtigte Auswärtsfahrten-Playlist, Database. Die wurde jetzt auch in letzter Zeit schon, glaube ich, ganz gut genutzt. Es wurde ein bisschen kuratiert, ich glaube, es wurde nicht alles gehört davon. Aber jeder Gast darf eigentlich immer noch einen Song auf dieser Auswärtsfahrt-Playlist packen. Und ich weiß jetzt nicht, wie musikaffin du bist oder ob du irgendeinen Song hast, der dich mit Hertha verbindet. Boah, mit Hertha verbindet, der läuft manchmal noch am sogenannten Axel Kruse-Rondell, glaube ich, an dem einen Bierstand, der wurde irgendwann auch aus dem Stadion verbannt. Das ist jetzt kein Song, den ich mir privat viel reinziehe. Aber dieser Hertha, wieder Hertha, Erste Liga. Erste Liga. Gibt es den aufs Body-Quest? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der heißt, ich weiß nicht, von wem der ist. Den, wenn ihr den hören könnt, den würde ich so zwei Stunden auswärts auf Deuerschleife. Dann würde ich auf jeden Fall, kann ich nur empfehlen. Ihr kennt den Song, oder? Geht er nicht immer wieder Hertha, Erste Liga, jetzt sind wir da? Ja, genau, genau. Oder wir, ja, ja. Erste Liga, jetzt sind wir da. Ein guter Aufstiegssuch. Er hat nochmal ein großes Hoch gefeiert unter Markus Babbel damals in der Saison. Ja, stimmt. Ey, aber Lukas, mich macht der Blick auf diese Playlist so sauer, ne? Diese ersten vier Lieder, die ich gerade sehe, sind auch schon unfassbar. Du hast Job Sui von System of a Down, dann kommt das Schlimme ist, wenn das Bier alle ist von den Kassierern. Ja, normal. Dann kommt Survivor von Destiny's Child und dann probierst man mit Gemütlichkeit vom Dschungelbuch. Das ist einfach unfassbar. Unfassbar. Das ist für jeden was dabei, so wie es beim Fußball sein muss. Ja, jeder kriegt da, was er haben will. Okay, also ich versuche den zu finden. Hast du eine Alternative zur Not? Ich muss aber kurz fragen, wie ist das gemeint? Das klang jetzt eher so, als müsste das thematisch irgendwie eine bestimmte Parole mitliefern oder irgendeine Meta-Ebene haben. Oder soll es einfach nur ein guter Song sein, den man im Auto hören kann? Das kann beides sein. Das ist das Ding. Das kann so ein Song sein, der einfach mitgegrillt wird im Zug nach Bielefeld oder ist es mit Meta-Ebene? Wir wollen dich da irgendwie verewigen, egal in welcher Form. Jetzt setzt ihr mich unter Druck, Mann. Da hätte ich ein Vorgespräch gebraucht. Ich bin bei Musik. Ich sitze richtig oft. Kennt ihr hörbar rust? Bei Radio 1? Nee. Oh Gott. Das ist ein bisschen eine Boomer-Sendung, würde ich wahrscheinlich sagen. Aber da sind halt immer Gäste eingeladen, die quasi zehn Songs mitbringen. Und anhand der Songs wird so ein bisschen die Biografie durchgegangen. Und ich sitze manchmal zu Hause da und träume, welche zehn Lieder würde ich jetzt mitnehmen, um quasi meine Persönlichkeit genau so zu beschreiben, wie es natürlich dann am besten rüberkommt. Und schon da scheitere ich auch nur ein, mir rauszusuchen. Ich kann ja hier auch mal ganz parallel und live, während du noch überlegst, mal bei Spotify gucken, ob es den immer wieder härter ist. Nee, pass auf. Ich habe einen. Das ist mein Song des Jahres 2021. Meist gehörter Song. Ich liebe dieses Lied. Und er heißt, der Song heißt auch noch so wie mein Sohn, Kasper. C-A-S-P-E-R, glaube ich, geschrieben von, du musst mir helfen, einem Teil der Migos. Offset. Von Offset. Ich sage mal, Lyrics, muss man jetzt nicht zwangsläufig übersetzen, glaube ich. Nee, von Take Off, sorry. Take Off, genau. Ist auf jeden Fall ein Lied, das ich in Dauerschleife gehört habe. Und wenn man jetzt Auto fährt, einfach mal reinziehen. Ja, geil. Auf dem Weg nach Hamburg. Welche pumpen. Sehr, sehr schön. Ey, ich danke dir vielmals hier für die Einladung in eure Räumlichkeiten. Ja, gerne. Und für deine Partizipation hier. Bist immer wieder gerne willkommen, wenn du dich mal ein bisschen öffentlich über Hertha auslassen willst. Ich muss ja immer ein bisschen aufpassen. Nicht nur, ja, ja. Nicht nur, ich weiß ja nicht, kurz mal vor dem Spiel bei der Zone oder so, sondern mal ein bisschen ausführlicher. Also immer gerne. Leute, kauft euch die Freunde, macht euch da ein Abo. Also, ich bin jetzt auch wieder Abonnent seit... Seit Louis Stiles? Ich bin auch Clubmitglied. Nee, nicht seit Louis Stiles, aber tatsächlich bin ich über das Themenfrühstück dazu gekommen. Ah, cool. Weil es ist irgendwie jetzt so ein bisschen, wenn jetzt nicht gerade ein Meeting ist, dann ziehe ich mir das rein. Und irgendwie habe ich gedacht, also sonst, ich habe ja hier auch öfter mal gesagt, ich gucke eigentlich nur Hertha und ich interessiere mich auch eigentlich nur für Hertha. Aber durch dieses Themenfrühstück und dass da ein bisschen mehr aufgerollt wird, habe ich auch wieder so ein bisschen Interesse an anderen Sachen im Fußball bekommen und jetzt habe ich mal wieder ein Abo, ja. Schön, geben wir weiter an das Brain hinterm Themenfrühstück. Lieutenant Gropper. Ja, also... Ja klar, auf Einladung komme ich gerne wieder. Ich lade mich natürlich nicht selbst ein. Also, das muss eigentlich auch klar sein. Darfst du auch. Dann werden wir dich fragen. Dann werden wir dich fragen. Gut, dann die Stimme für uns aus dem Off, Marc. Vielen Dank auch für deine Zeit und dass es ja alles technisch so gut geklappt hat. Ich bin sehr stolz auf uns. Ja, ich bin auch sehr stolz. Wir hören uns ja dann am Freitag wieder, Lukas. So ist es, ja. Dann auch mit Gästin. Ich kann es ja einfach mal vorweggreifen, dass wir für die beiden Relegationsspiele dann auch jeweils natürlich eine Podcast-Folge aufnehmen werden. Und da es in den Spielen wirklich ja nur um die Spiele gehen wird, wir werden jetzt, glaube ich, nicht große News oder so machen, haben wir uns noch eine HSV-Podcasterin eingeladen und besprechen mit ihr beide Spiele, um da quasi auch die gegnerische Sicht noch dabei zu haben. Das macht das vielleicht alles ein bisschen runder. Und genau, dann am Freitag und dann Mittwoch oder so. Das waren jetzt zumindest mal unsere angesetzten Termine, Marc. Aber also, nagelt uns nicht drauf fest. Aber es, ja, ich habe auch jetzt nach dem Ding jetzt am Wochenende auch mal gesagt, es wäre so schön, mal einfach keine Podcast-Folge aufnehmen zu müssen, wo man zu irgendwas eine Meinung hat oder irgendwas. Das ist einfach mal so für sich stehen zu lassen. Aber, ey, ich weiß ja, dass ihr es da draußen gut findet und das macht mir dann auch Freude. Außerdem müssen wir da wieder für Gegenbau erwerben, sonst kommt der Lohn auch nicht rein. So richtig. Eigentlich, ja, der fragt dann Leute, wo ist die Folge? Ihr habt vielleicht Verträge unterschrieben. Genau, da muss man einfach, so ehrlich muss man sein. Gut, Luis, dir auch vielen Dank. Gerne, wie immer. Gerne, gerne. Und dann wünsche ich allen da draußen einen wunderschönen Tag noch. Und wir hören uns dann am Freitag wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Auf eine bessere Zukunft. Auf eine bessere Zukunft.